Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian, du mir ist so, als hätten wir über dieses Thema schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, Gunnar. Ich kann mich an nichts erinnern. Es kommt mir fast vor wie ein Déjà-vu. Spektakulärer Auftakt-Gag wie immer. Der Hammer. Ich möchte dazu sagen, dass ich glaube, dass Amerikaner das Déjà-vu aussprechen. Déjà-vu. Und weil es ein amerikanisches Spiel ist, könnte man dem folgen. Aber selbstverständlich machen wir das nicht, sondern nennen es wie gute Europäer, die in der siebten Klasse Französisch gelernt haben. Und danach nichts mehr. Nennen wir es Déjà-vu. Ja, so machen wir das. Genau. Wir beginnen mal mit einem Zitat eines Kollegen. Wir bitten nämlich Heinrich Lennart um seine Meinung zu diesem Spiel. Und der hat eine, das können wir feststellen, weil er die öffentlich niedergelegt hat in seinem 2023 erschienenen E-Book über das Spielejahr 1985. Da hat er nämlich auch Déjà-vu angesprochen und beschreibt da erstmal die Ausgangslage in der textbasierten Adventure-Welt der frühen 80er. Und dann kommt er zu Déjà-vu und nennt das so. Klicken statt tippen schien angesichts der grafischen Benutzeroberflächen neuer 16-Bit-Computer ein naheliegender Schritt zu sein. Überraschend war, wer ihn als Erster auf welcher Plattform machte. Nicht Atari ST oder Amiga, sondern der als hochpreisige Arbeitsmaschine positionierte Apple Macintosh war die Geburtswiege von Déjà-vu – A Nightmare Comes True. Der ganz auf Fenster- und Mausbedienung zugeschnittene Anklick-Krimi entstand nicht etwa bei einer der etablierten Adventure-Größen, sondern war das erste MacVenture von Icom Simulations, einem Spiele-Neuling aus Chicago. Heinrich nennt das ein kompetentes und unterhaltsames Adventure. Und dann nimmt er gleich den halben Podcast vorweg, weil er nämlich gleich die besonderen Features auch noch nennt. Dass es ein technologischer Sprung in der Bedienung war, dass es eine ungewöhnliche Plattform hatte, dass es von einem ungewöhnlichen Studio kommt. Also vielleicht ein Studio, das nicht so der Spiele-Neuling war, wie Heinrich es hier beschreibt, aber das niemand auf dem Radar gehabt haben dürfte. Und wir gehen jetzt diesen Erkenntnissen von Heinrich einen ganz kleinen Tick ausführlicher hinterher und sprechen darüber, wie das alles kam, was das für ein Spiel ist und wie es bis heute nachwirkt. Das machen wir. Vielen Dank erstmal an Heinrich für den Einspieler. Und an dieser Stelle sei nochmal empfohlen, sein Buch heißt Lenhardts Spiele Jahr 1985. Kann man auf Amazon beziehen. Ja und 1985 ist schon das Stichwort, weil das Spiel, über das wir heute sprechen, Déjà-vu, kam in diesem Jahr raus. Und um da nochmal so ein bisschen den Rahmen zu setzen für das, was jetzt in der Folge kommen wird, das ist die Zeit, in der die Heimcomputer ihre Dominanz etablieren. In den USA war ja in den Jahren vorher der Videogame-Crash, da erholen die sich so langsam davon. Im Oktober kommt in den USA das NES auf den Markt von Nintendo. Wir wissen, dann geht das so langsam wieder hoch mit den Konsolen. Aber in der Zwischenzeit haben wir die Heimcomputer, vor allem den C64 in Deutschland, der dominante Computer, auch in den USA groß. Der Amiga kommt 1985 frisch auf den Markt, wird dann ja ein sehr erfolgreiches Ding werden. In den Arcades ist die goldene Ära schon wieder vorbei im Jahr 1985, aber es erscheinen immer noch viele Hits und technisch innovative Titel. Sega bringt Hang-On raus und Space Harrier, Atari, Paperboy, über Gondlet haben wir zum Beispiel schon gesprochen und so weiter. Aber wir haben hier heute ein Adventure-Spiel. Und das Adventure als kommerzielles Genre, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, das gibt es zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1985 seit sieben Jahren. So richtig ging das los mit Adventureland 1978 von Adventure International. Und selbst Sorg zum Beispiel, dieser große Text-Adventure-Urvater ist 1980 erst rausgekommen. Und demgleichen ja auch Mystery House, das erste Grafik-Adventure von Sierra. Und wir haben also hier in diesem Adventure-Genre als etablierte Player sowas wie Infocom, die in 1985 am Mind Forever Voyaging rausbringen und Wishbringer. Interplay tritt auf den Plan mit ihren ersten Text-Adventure-Spielen, Borrow Time darunter, Mindshadow. Magnetic Scrolls bringt das erste Spiel raus, The Pawn. Wir haben Sierra, die sind jetzt inzwischen bei King's Quest 2, die machen in der Ära noch hauptsächlich Disney-Kinderspiele und der richtige Boom ihrer Adventure-Reihen kommt noch. Und das alles, diese Spiele, die ich genannt habe und viele mehr, das sind alles Text-Adventures im Sinne von Parser-basierter Eingabe, auch bei sowas wie King's Quest. Das ändert sich aber jetzt und zwar in erster Linie durch ein neues Gerät, das im Januar 1984 in den USA auf den Markt gekommen ist. Und das ist der Macintosh von Apple. Der Mac ist eine selten bei Stave Reaver behandelte Plattform, weil es nicht so eine typische Spiele-Plattform ist. Es ist eher ein Business-Gerät. Aber was rede ich, was weiß ich denn? Da fragen wir doch mal einen Experten. Henner, führ uns mal in den Macintosh ein. Der Mac von Apple. Teuer, eigenwillig, aber fortschrittlich. So kennen wir ihn. Und teuer, eigenwillig und fortschrittlich war auch schon der allererste Mac, der noch Macintosh hieß, als er 1984 auf den Markt kam. Teuer, denn dieser Macintosh, der kostete 2.500 Dollar. Das entspricht heute inflationsbereinigt über 7.000 Euro. Das war gar nicht so viel verglichen mit damaligen PCs, aber sehr viel verglichen mit einem Commodore Amiga, der im Jahr darauf nur die Hälfte gekostet hat. Oder dem Atari ST, den gab es für ein Drittel. Eigenwillig war er, weil er alles in ein Gehäuse steckte. Computer, 9-Zoll-Monitor, Diskettenlaufwerk, alles ein kompakter Kasten mit Henkel. Nur die Tastatur, die war nicht integriert. Eigenwillig war er auch, weil er zu nichts anderem kompatibel war. Nicht zum PC, nicht zu seinem eigenen Vorgänger Lisa und auch nicht zu seinem sieben Jahre alten Vorvorgänger, dem Apple II. Oder weil man ihn nicht mit Steckkarten aufrüsten konnte, anders als den PC oder den Apple II. Und weil er keine Farben darstellen konnte, im Gegensatz zum PC und zum Apple II. Aber ansonsten war er durchaus fortschrittlich. Er hatte einen schnellen Prozessor, den Motorola 68000 mit 32-Bit-Befehlssatz. Ein modernes 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk. Er beherrschte Sprachsynthese. Vor allem aber wurde der Macintosh nicht wie der PC oder der Apple II mit der Tastatur gesteuert, sondern mit der Maus, mit dem man einen Mauszeiger über einen Desktop schob. Mit Fenstern und Icons und Drag-and-Drop und Dropdown. Und mit einem Papierkorb und praktisch allem, was wir auch heute, 40 Jahre später, noch auf so einem Desktop vorfinden. Naja, bis auf Farbe. Aber was für eine Offenbarung dieses Interface war. Der PC mit seinem DOS-Betriebssystem, der ließ uns allein in der schwarzen Einöde der Kommandozeile, wo wir jeden Befehl, jeden Programmnamen, jeden Parameter auswendig lernen und Zeichen für Zeichen eintippen mussten. Der Mac öffnete einfach ein Fenster, zeigte uns alles, was er zu bieten hatte und wir mussten nur noch drauf zeigen und klicken. Der Macintosh war nicht der erste erhältliche Computer mit solch einer grafischen Oberfläche. Das war der Xerox Star von 1981. Bei Xerox wurde Apple-Mitgründer Steve Jobs dann auch zu seiner Version der grafischen Oberfläche inspiriert, die er zunächst im gefloppten Apple-Lisa von 1983 umsetzte und dann auch für das Macintosh-Projekt übernahm. Dieser Macintosh sollte eigentlich nur ein günstiger, tastaturgesteuerter Einsteigerrechner werden, aber so wurde er 1984 zum ersten in Massen hergestellten Computer mit fortschrittlicher Maussteuerung. Auch wenn das mit den Massen ein bisschen gedauert hat, denn erfolgreich war er zunächst nicht, trotz fortschrittlicher Technik. Aber machte ihn all diese fortschrittliche Technik auch zur Spielemaschine? Ja, der Prozessor war schnell genug, der steckte später auch im Amiga und im ST und in der Mega Drive-Konsole von Sega. Damit konnte man spielen. Aber das allein reichte nicht. Der Soundchip konnte nur rudimentäre Töne ausgeben, der Videochip keine Sprites berechnen und, naja, wer wollte 1984 schon noch in Schwarz-Weiß spielen? Und der Mac hatte noch ein Problem, viel zu wenig Arbeitsspeicher. 128 Kilobyte. Der Amiga startete im nächsten Jahr mit der doppelten Speichermenge, der ST mit der vierfachen. Und so wurde der Mac arg ausgebremst und musste ständig Daten von Diskette nachladen. Ja, eine Festplatte im PC war die damals schon seit einem Jahr Standard, die gab es nicht. Und so erinnert neben dem hohen Preis und der Eigenwilligkeit und der Fortschrittlichkeit noch etwas an den Mac von heute. Der Mac ist nicht gerade die größte Spieleplattform, der Macintosh war es damals auch nicht. Noch für Jahre erschienen damals selbst für den alten Apple II erheblich mehr Spiele als für den neuen Mac. Auch wenn er Ende 1984 mehr Arbeitsspeicher bekommen hat und 87 Sruga-Farben. Was erschien, das waren Puzzlespiele, Strategiespiele, Lernspiele und vor allem Adventures. Jeder zweite Mac-Titel in den ersten zwei Jahren war ein Adventure. Selbst Rambo von 1985. Wohlgemerkt, ein Text-Adventure war das, wie die meisten Adventures zu dieser Zeit. Dabei eigneten sich die Maussteuerung, die Fensteroberfläche und die hochauflösende Grafik doch eigentlich wunderbar für ein Point-and-Click-Adventure. Und das kam ja dann auch. Gut, dass wir einen Hardware-Experten haben. Vielen Dank an dieser Stelle, Henna. So, das ist wichtig, diesen Kontext zu kennen. Was ist das für eine Plattform und wie funktioniert die? Der Macintosh ist ja jetzt den meisten von uns nicht so in Erinnerung oder im Kopf als die große Spieleplattform. Wir wissen vielleicht, dass da später dann vor allem ein paar Sachen drauf entstanden sind, wie die ersten Bungie-Spiele zum Beispiel. Aber gerade in diesen ersten Jahren, kurz nach seiner Markteentführung, ist das kein Spielegerät. Gerade wenn es um Adventures geht, da ist vielleicht noch das, was am häufigsten genannt wird, ist ein Spiel von 1984 namens Enchanted Scepters, weil das schon so ein bisschen, ein bisschen das vorausnimmt in der Bedienung, was dann Déjà-vu so richtig verwirklichen wird. Nämlich, dass du da ein Adventure-Spiel hast mit Fenstern, wo du ein Grafikfenster hast und ein Textfenster und dann Dropdown-Menüs, aus denen Werben oder Aktionen ausgewählt werden. Da gibt es also auch schon kein Parser mehr. Aber das Enchanted Scepters ist kein richtiges Adventure. Das ist eher ein Rollenspiel, würde ich sagen. So ein Fantasy-Rollenspiel. Mit Kämpfen und so. Ja, so ein Hybrid dazwischen. Ich finde schon, dass es halt ein paar Sachen von dem Spiel vorwegnimmt, über das wir jetzt gleich reden, über Déjà-vu. Nämlich dieses Werbensystem. Also du kannst ja da Werben aus einem Menü auswählen. Das ist ziemlich umständlich. Und das löst dann Déjà-vu kurz danach besser. Und es macht auch eine Sache, die jetzt auch noch nicht selbstverständlich ist zu der Zeit. Es benutzt die Grafik nämlich nur zu 90 Prozent als Illustration. Interaktion und immerhin zu 10 Prozent auch als Interaktion. Das ist ja ein großer Switch, der jetzt passiert. Wir haben hier die Infocom-Spiele, hast du schon gesagt. Da findet das ganze Geschehen nur im Text statt. Und dann gibt es so Spiele wie die von Trillium zum Beispiel oder das von dir genannte Magnetic Scrolls-Spiel, The Porn. Die benutzen die Grafik als Illustration. Die erscheint halt einfach, aber mit der kannst du nicht interagieren. Die stellt bloß die Gegend dar zum Beispiel. Das Enchanted Zepters hat immerhin ein, zwei Szenen, in denen Objekte im Bild liegen und dann mit einem Mausklick da rausgenommen werden können. In dieser Parallelwelt der Sierra-Spiele gibt es dann auch schon so eine Entwicklung, dass halt die Sachen, die auf dem Bildschirm sind, dann auch wirklich interaktiv sind, dass du da mal eine Truhe öffnen kannst oder so. Aber das ist bei Enchanted Zepters schon sehr überraschend. Das ist dann das, worauf Déjà-vu aufbaut. Also ich will nicht sagen, dass das ein Spiel ist, das in direkter Linie steht. Das ist ja immer schwer festzustellen in den 80ern. Aber ich finde, wenn man die so nebeneinander hält, sieht das eine sehr stark wie eine Fortentwicklung des anderen aus. Das ist ein ziemlich obskures Spiel des Enchanted Zepters. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie erfolgreich das auf dem Macintosh war. Ich würde aber behaupten... Nicht. Nee, nicht genau. Und ich würde auch behaupten, dass das vermutlich keinen großen Einfluss auf die Entwicklung von Déjà-vu hatte. Zumindest hätte ich da an keiner Stelle irgendwas darüber gelesen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen es erwähnt haben, als schon trotz obskures Spiel eines der wenigen Beispiele davon, wie der Mac in dieser frühen Ära schon als Spieleplattform genutzt wird. Das wird sich auch nicht groß ändern. Der Macintosh ist in seiner Lebzeit eigentlich nie die Megaspieleplattform, ja bis heute nicht. Aber immer mal wieder bringt er interessante Sachen hervor. Und da vor allem eben das Déjà-vu. Und da steigen wir jetzt mal ein. Und ich würde sagen, Wir lernen als erstes mal unseren Protagonisten kennen. Wir haben uns entschieden, mal wieder die Geschichte erzählen zu lassen des Spiels durch einen Spieler. Also das, was ihr jetzt gleich hört, stammt nicht aus dem Spiel, sondern das ist im Prinzip unsere Dramatisierung davon. Aber auf diese Art und Weise möchten wir euch durch das Spiel führen, in Erzählung und dann in unserer Beschreibung. Ah, mein Kopf. Fühlt sich an, als bearbeitet ein Bautrupp mit Vorschlag hämmern die Innenseite meines Schädels. Wo bin ich hier? Sieht aus wie eine Klo-Kabine, die seit Jahren kein Putzlappen mehr gesehen haben kann. Als ich herausstolpere, starrt mich aus dem Spiegel über dem Waschbecken ein Gesicht an, das ich kennen sollte. Aber wer ist das? Wer bin ich? Da, wo in meinem Kopf Erinnerungen sein sollten, schwappt nur Schlamm. An einem Haken an der Tür hängt ein Trenchcoat. Gehört der mir? Ich durchsuche die Taschen. Zigaretten. Ein Feuerzeug. Ein Taschentuch. Eine Brieftasche. Auf allem stehen Initialien. J. S. In der Brieftasche ist eine Lochkarte für eine Penthouse-Suite auf den Namen Siegel. J. Siegel. Bin ich das? Die Sonnenbrille, die im Trenchcoat steckt, rutscht mir vom Gesicht. Sie ist viel zu groß. Das sind doch nicht meine Sachen. Als ich den Mantel vom Haken nehme, kommt ein Holster zum Vorschein. 38er Revolver. Ich öffne die Trommel. Drei Patronen drin. Drei leere Hülsen. Drei Schuss abgefeuert. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Weiß nicht, wie ich hierher kam. Aber eines weiß ich. Das sieht nicht gut aus. So, und dann sind wir im allerersten Raum. Und wenn man Macintosh-Spiele nicht gewohnt ist, folgt hier schon der erste Schock. Das ist nämlich ein Gewusel an Fenstern. Und natürlich ist es schwarz-weiß, weil es ist ja ein Macintosh-Spiel. Der Macintosh hat keine Farbe. Der Bildschirm ist beherrscht von einem zentralen Bild. Das ist auch detailliert gezeichnet. Aber halt, wie gesagt, schwarz-weiß. Da wird der Raum dargestellt. Und wir gucken in die Welt hinein aus den Augen des Protagonisten. Darüber ist ein Feld von Verben. Anders als bei Encharted Zepters muss man die ja nicht auswählen. Aus einem Menü. Die sind hier einfach alle nebeneinander geschrieben. Es gibt acht Stück. Xamon, Open, Close, Speak, Operate, Go, Hit und Consume. Das erinnert schon so ein bisschen an die Verbenleiste, die die Lucasfilm-Adventures dann einführen werden mit Manic Mansion. Das ist hier grundsätzlich das Gleiche. Genau. Das ist schon sehr ähnlich. Es übernimmt noch eine Sache aus den Text-Adventures und das ist eine Auflistung der Ausgänge aus dem Raum. Da gibt es ein extra Fenster für, das alle Exits anzeigt. Total angenehm und total praktisch. Das hätte mal LucasArts auch nehmen können. Es gibt noch eine Anzeige für einen selber, falls man irgendein Item auf sich selber bewegen will mit der Maus. Und es gibt ein Inventarfeld und ein Textfeld. Das Textfeld stellt Text dar. Da wird halt einfach der Raum nochmal beschrieben oder die Interaktion oder der Dialog. Aber das Wichtige ist das Inventarfeld links von der Grafik. Und Christian, was kann man mit diesem Inventarfeld machen? Das ist so aufregend. Ja, das Interessante bei diesen Verben finde ich ja immer, welche nicht drin vorkommen. Und ein ganz zentrales Verb, das hier nicht vorkommt, ist nehmen. Denn das braucht das Spiel nicht, dieses Wort, weil es uns nämlich das Nehmen selbst machen lässt. Das Mac-Interface ist ja auf eine Maussteuerung und damit auch auf Drag & Drop ausgelegt. Und genau das passiert in diesem Spiel. Also wenn wir etwas in unser Inventar legen wollen oder auch aus dem Inventar wieder zurück in die Spielwelt, dann nehmen wir uns das mit der Maus und ziehen es einfach rüber. Und das ist neu. Das haben wir in Spielen noch nicht gesehen vorher. Das ist pure Magie. Auch wenn man bedenkt, die gleichzeitig erschienenen Kings Quest-Spiele, die ja schon in technischer Hinsicht mit ihrer Grafik und dem Rumlaufen in der Grafik schon die Entwicklung von den LucasArts-Sachen vorwegnehmen. Da sind die ganzen Inventar-Items mit Text wiedergegeben. Und hier ist das Inventarfenster, ist ein grafisches Fenster. Du nimmst einfach die Grafik, die da im Hauptbildschirm ist und ziehst das gesamte grafische Objekt in dein Inventar. Das ist kein Rollenspiel-Inventar mit so Feldern drin oder irgendwas. Du wirfst die Sachen einfach stumpf übereinander und wenn du den Schlüssel unter den Trenchcoat getan hast und nicht mehr wiederfindest, ist es deine Schuld, Christian. Das hättest du halt besser sortieren müssen. Ja, da gibt es ja sogar eine Sortierfunktion im Dropdown-Menü. Da kannst du ja sogar das Inventar für dich sortieren lassen, wenn du möchtest. Sogar an das haben sie gedacht. Und bizarrerweise gibt es auch noch eine Durcheinanderbringen-Funktion, wo das Spiel dann alles übereinander stapelt. Das muss ein reiner Gag sein. Ich weiß nicht, warum das drin ist, aber ich habe das mit großer Faszination gemacht natürlich. Genau, aber das Inventarfenster ist noch nicht alles. Das wird noch viel cooler. Gleich im ersten Raum hängt an der Wand der Trenchcoat unseres hartgesottenen Detektivs und den kann man dann nehmen und den kann man in das Inventar tun und dann wird da drunter das Pistolenholster sichtbar mit dem Revolver drin und dann kann man das auch ins Inventar tun. Das war vorher nicht sichtbar, weil der Trenchcoat drüber hing. Aber im Trenchcoat, den kann man aufmachen. Man kann ziemlich viele Gegenstände oder Objekte aufmachen und dann geht ein neues Fenster auf und zeigt einem, was drin ist. Und damit wird klar, der Trenchcoat ist nicht nur ein Trenchcoat, sondern ist vor allen Dingen ein Container, der andere Objekte enthalten kann. Und der Trenchcoat enthält zum Beispiel die Brieftasche. Die Brieftasche ist auch wieder ein Container. Die enthält zum Beispiel Geld und einen Ausweis. Und dann haben wir hier so richtig ineinander verschachtelte Container in Containern in Containern. Was es schon in Textadventuren gibt, da kann man ja auch die Bürste in die Flasche tun und sowas. Aber hier ist es halt grafisch dargestellt mit aufgehenden Fenstern. Das ist so toll. Ja, und das, was du da siehst, die Gegenstände in der Spielwelt, also auch die einzelnen, teils kleinen Sachen, die in deinem Trenchcoat zum Beispiel drin sind, das geht ja bis runter zu den Patronen, die in deinem Revolver drin sind. Du kannst die Trommel aufmachen und die Patronen da drin angucken und so. Und das ist alles grafisch dargestellt. Das geht so weit, dass es überhaupt keine Textbeschreibung dafür gibt. Also keine von den Gegenständen im Spiel in deinem Inventar hat einen Namen oder würde vom Spiel irgendwie benannt wie dein Geldbeutel oder das Taschentuch. Sondern das ist alles nur durch die Grafik dargestellt. Und durch die hohe Auflösung, das Max, dann aber halt auch mit den angemessenen Details. Also du kannst zum Beispiel auf dem Taschentuch in deinem Inventar die Initialen JS eingestickt sehen. Das sind zwar kleine einzelne Pixel, aber es ist erkennbar. Bei manchen der kleineren Gegenstände wird es ein bisschen schwierig, die auseinanderzuhalten. Aber im Großen und Ganzen ist das so schön visuell, so klar zu erkennen, dass du das Spiel da gar nicht groß erklären musst. Es zeigt dir einfach. Es muss nicht erzählen, es zeigt. Die haben schon eine Textbeschreibung, wenn du sie mit dem Examenbefehl untersuchst. Das ja, genau. Aber einen offiziellen Namen haben sie nicht, weil das Spiel das nicht braucht, genau. Machen wir diese Ausgangssituation nochmal deutlicher. Wir haben es ja vorhin schon in der Erzählung gehört. Das ist zum einen eine Amnesie-Geschichte, die wir hier erzählt bekommen. Deswegen heißt das Spiel ja auch so. Ich meine, man während des Spiels immer mal wieder diese Déjà-vu-Momente aufkommender Erinnerung hat, wenn man dann im Spielverlauf bestimmte Dinge betrachtet, Orte oder gerade auch Personen, wo unser Protagonist merkt, ich habe so das Gefühl, das kenne ich, das müsste ich doch eigentlich kennen. Aber ich kann nicht so richtig den Finger darauf legen. Déjà-vu ist ja der französische Begriff für schon mal gesehen. Und eine der Aufgaben ist natürlich für uns, für unseren Protagonisten, dann sein Gedächtnis wiederzubekommen und herauszufinden, was hier passiert ist. Denn er wacht ja nun hier in dieser versifften Klo-Kabine auf, wo Graffiti an den Wänden ist. Wurde auch offensichtlich auch ausgezogen. Mindestens mal sein Trenchcoat liegt ja darum und muss das alles wieder zusammensammeln und dann überhaupt mal rausfinden, wo er ist und wer er ist. Und das macht das Spiel echt geschickt durch nur ein paar kurze Textzeilen am Anfang. Es gibt keine große Exposition, wir haben kein Intro oder sowas. Es gibt noch nicht mal im Handbuch des Spiels irgendeine Story-Vorgeschichte. Das Handbuch erwähnt mit keinem Wort, worum es eigentlich geht in dem Spiel. Wir werden da reingeworfen, finden uns in dieser Situation und die Fragen sind da. Wo sind wir hier? Wer sind wir hier? Sind das eigentlich unsere Sachen? Warum haben wir das Gedächtnis verloren? Warum sind drei Patronen verschossen in unserem Revolver? Das ist ja eine sehr ominöse Geschichte. Warum haben wir eine Zugangskarte zu einer Penthouse-Feed dabei? Ist das eigentlich unsere? Und das ist spannend und super als Ausgangskonstellation, weil wir natürlich diesen Fragen nachgehen möchten und herausfinden möchten, was hier los ist. Ich bin ja ein großer Freund von Spielen, die mit Amnesie beginnen. Ich habe das schon verschiedentlich mal in anderen Folgen gesagt, weil ich das so eine faire Ausgangssituation für ein Spiel finde. Der Protagonist und man selber sind plötzlich gleichgestellt. Wenn du halt einen Detektiv spielst, der sich in seiner Stadt gut auskennt und in der ganzen Unterwelt bekannt ist wie ein bunter Hund und der all seine Pappenheimer kennt, dann hat der dir ja was voraus und dann musst du sozusagen dessen Fähigkeiten vorausahnen, wenn du sie richtig einsetzen willst. Und hier hast du zumindest mal am Anfang diese Waffengleichheit zwischen deiner Spielfigur und dir selber, dass ihr beide nicht wisst, wie diese ganzen Sachen passiert sind. Und dann kann man sich da so sehr angenehm rantasten. Das Spiel streut einem diese ganzen Brotgruben hin, wie du es schon gesagt hast. Ich fand diesen Moment, als ich in den Container geguckt habe, der der Revolver ist und gesehen habe, dass drei Patronen verschossen sind. Das war schon echt ein cooler Moment. Ja, das ist stark, genau. Das Spiel lässt uns das entdecken. Das sagt es uns nicht. Das lässt uns das entdecken. Und das Spiel führt dich jetzt deiner Erinnerung näher, indem es dir auch so kleine Flashbacks gibt. Als du das erst mal in den Spiegel guckst, hast du so ein Schockerlebnis. Dann wird auch so eine Grafik dargestellt, wo dann dein Gesicht ist. So ein bisschen verwaschen, um klarzumachen, dass du jetzt hier dadurch nicht so viel gelernt hast. Du kennst diese Person nicht, die da im Spiegel dir entgegen guckt. Und du fängst dann halt an, hin und wieder mal so Erinnerungen wiederzufinden. Und aber erst mal musst du halt einfach die Umgebung erforschen. und da das in einer realistischen Welt spielt, funktionieren auch die Sachen, die du über die Welt annimmst. Du kannst jetzt hier rausgehen, du kannst die Tür aufmachen, du kannst den Schreibtisch durchsuchen. Selbstverständlich ist im Schreibtisch was drin. Die Szenen sind jetzt erst mal alle ganz realistisch und es erfordert kein esoterisches Geheimwissen, sondern nur das Wissen, das auch der Protagonist hätte, ohne dass er sich erinnern kann. Bevor du in diese Welt hineingehen kannst und auch in den Spiegel schauen kannst, in dem Toilettenraum, in dem du dich da befindest, musst du ja erst mal aus dieser Kabine raus. Und beim Verlassen der Kabine erleben wir noch eines von diesen Bedienelementen, die das Spiel hier ja eigentlich zum ersten Mal macht, würde ich sagen. Also etwas, was später zur absoluten Selbstverständlichkeit wird und was ein Komfortfeature ist, das wir später bei den LucasArts Adventures erst im Verlauf der 90er bekommen haben. Und hier ist es schon drin, nämlich eine kontextuelle Steuerung. Da ist nämlich die Kabinentür zu. Und du kannst sie aufmachen, indem du auf das Verb Open klickst und dann auf die Tür. Dann macht er sie auf. Du kannst sie auch aufmachen, indem du auf das Verb Open klickst und auf den Ausgang in diesem Extrafenster, wo die Ausgänge markiert sind. Geht auch. Du kannst aber auch einfach einen Doppelklick auf die Tür machen. Dann macht er sie auf. Wenn du einen Doppelklick auf die daraus entstehende Lücke machst, also den Ausgang machst, dann geht er da durch. Wenn du einen Doppelklick auf irgendeinen Gegenstand machst im Raum, dann gibt er dir den Examenbefehl aus. Dann beschreibt er den. Also das Spiel weiß oder sagt voraus, was du machen möchtest und benutzt den Doppelklick entsprechend. Und wie gesagt, das ist was, das kommt in den LucasArts Adventures erst mit was? Mit Monkey Island 2, glaube ich, das erste Mal. und das ist hier im Jahr 1985 schon drin und dass sich Déjà-vu für ein so altes Spiel noch so eingängig spielt und in mancher Hinsicht richtig modern anfühlt, hängt auch damit zusammen, dass das solche Bedienkonventionen sind, die damals neu waren auf dem Macintosh, der Doppelklick, die sich dann aber halt einfach durchgesetzt haben, die wir heute als etwas Selbstverständliches begreifen. Und hier wird der Doppelklick eben kontextuell benutzt in dem Spiel. Und das ist schon eine Leistung, weil das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Es ist ein ungeheuer komfortables Spiel für einen Titel der 80er. Wie du sagst, es haben sich ja die Bedienkonventionen für ganz viele Genres noch nicht eingeschliffen in dieser frühen Phase der Computerspiele. Und dieses Spiel hier ist einfach in sich super komfortabel, auch wenn nicht alle Konventionen, die es selber sich ausdenkt, später übernommen werden in andere Spiele. Aber man kann das heute ohne irgendwie viel zu wissen über das Spiel einfach, man kann es einfach blind bedienen. Das ist schon mal ganz cool. Ja, das ist wahr. Dieses Arbeiten mit dem Öffnen von Containern, also wie dem Trenchcoat und im Trenchcoat unseren Geldbeutel und zu gucken, was da drin ist und dann das entsprechende Umarrangieren des Inventars. Was ist wichtig genug, dass ich es vielleicht direkt im Hauptinventar habe? Was tue ich in den Container rein? Was tue ich da raus? Was nehme ich aus der Welt mit? Und sowas. Das macht Freude. Das ist wirklich schön. Das ist auch heute noch schön. Aber es hat auch einen Nachteil. Es kostet nämlich Zeit. Und das merken wir im Spiel relativ schnell. Da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich angefangen habe, erstmal schön Ordnung zu schaffen und plötzlich merke, wie sich mein Protagonist an die Stirn greift. Dem geht es nämlich nicht so gut. Und dann stellen wir fest, oh, wir haben ja ein Zeitlimit. Was ich bisher herausgefunden habe. Erstens. Es ist Nacht. Der Teil der Nacht, wo alle rechtschaffenen Menschen in ihren Himmelbetten schlummern und die Straßen der Stadt dem Rest von uns gehören. Zweitens. Das Klo gehört zu Joey's Bar. Eine abgeranzte Kneipe mit einem kleinen Casino im Nebenraum. Alles verrammelt um die Zeit. Die Vordertür abgeschlossen. Keine Seele da. Außer drittens. Dem Typ im Obergeschoss, der über dem Schreibtisch liegt. Den Telefonhörer noch in der Hand. Drei Einschusslöcher in der Brust. Stecken sicher 38er Kuhlen drin. Da muss ich gar nicht nachsehen. Beim Blick in die toten Augen des Kerls wallt sowas wie Hass in mir auf. Ich musste ihn gekannt haben. Aber verdammt, was ist mit meinem Kopf los? Die Einstichstelle in meinem Arm. Die leeren Fläschchen im Hinterzimmer. Die Spritze im Papierkorb. Die Gleichung kann auch ein Schimpanse lösen. Irgendwas pumpt in meinem Blut. Irgendwas, das immer noch da ist und mit Eisenkrallen nach meinem Bewusstsein greift, um es zu zerschreddern. Ich muss ein Gegenmittel finden, bevor mein Verstand zu Konfetti wird. Der durchlöcherte Typ hatte zwei Schlüssel. Einen für die Vordertür der Bar und einen für den sindteuren 39er Mercedes vor der Tür, in dem ich jetzt sitze. Im Handschuhfach liegt eine Straßenkarte, auf die jemand eine Nachricht gekritzelt hat. Ace, folge dieser Route und fahr nicht zu schnell. Du willst bestimmt nicht, dass die Cops den Kofferraum durchsuchen und Mrs. Dörnwood finden. Meine Nacht wird immer besser. Da zeigt das Spiel, dass hier nicht zu spaßen ist. Offenkundig wurde der Protagonist vergiftet. Vergiftet kann man gar nicht genau sagen, aber jedenfalls hat man ihm ja was indiziert, das hatten wir schon geahnt, an dem Einstichloch. Und was immer das ist, es zerfrisst sozusagen sein Gehirn weiter. Also wir haben jetzt noch eine Aufgabe dazu gewonnen im imaginären Questlog. Wir müssen nicht nur herausfinden, wer wir sind und wahrscheinlich ja eine Situation bereinigen, die hier passiert ist mit dem Mord, dessen werden wir wahrscheinlich verdächtigt werden. Und es gibt aber auch noch so eine Art Zeitlimit, das gegen uns läuft, weil der Protagonist einfach zunehmend abbaut und irgendwann zusammenklappt, wenn wir jetzt einfach nichts tun und einfach nur rumlaufen und keine Aufgaben lösen und aber Zeit verstreichen lassen, dann geht er über den Jordan. Das ist übrigens auch das einzige Zeitlimit. Was es nicht gibt, ist ein Zeitverlauf, ein Tagesverlauf. Es ist ewige Nacht in diesem Spiel und was es auch nicht gibt, ist die Bedrohung, dass wir irgendwann erwischt werden könnten von der Polizei. Also grundsätzlich haben wir eigentlich beliebig viel Zeit, um dieses Mysterium zu lösen. Wir müssen nur irgendwie das mit dem Zeug in unserem Blut in den Griff bekommen und das ist gar nicht so einfach und wird uns auch einige Zeit lang beschäftigen. Das heißt also, dass, weil das nämlich in der Urversion im Macintosh auch einfach ein hartes Ende ist, wenn man irgendwann dann sein Gedächtnis vollständig verliert, kann es schon sein, dass man das Spiel ein-, zweimal von vorne anfangen muss, um es effizienter zu spielen. Das finde ich allerdings gar nicht so schlimm, was auch damit zusammenhängt, dass das Spiel insgesamt ziemlich kompakt ist. Also wenn du weißt, was du tust, dann ist das innerhalb von Minuten durchspielbar, würde ich sagen. Weniger als eine halbe Stunde auf jeden Fall. Ja, genau. Das geht dann relativ schnell. Also es hat nicht so wahnsinnig viele Schauplätze und es hat nicht so wahnsinnig viel Handlung und es hat auch nicht so wahnsinnig viel Rätsel. Aber man muss da schon erstmal durchfinden und man kann halt sterben in diesem Spiel. Nicht nur auf diese Art, man kann auch noch auf eine Reihe von anderen Arten sterben. Also das will ja ein Detektivroman sein im weitesten Sinne. Ja, erzähl mal Gunnar, genau. Du hattest ja schon gesagt, moderne Welt. Wo sind wir denn hier eigentlich? Also wir sind in Chicago, eine klassische Verbrecherstadt, wie man sich das so vorstellt. Damals wie heute. Damals wie heute. Da spielen halt dann so Verbrechergeschichten. Und im Jahr 1941, im Dezember 1941 und im weitesten Sinne ist das angelehnt an das, was man heutzutage Noir nennt, also oder den Film Noir nennt. Das ist ein Begriff aus dem Kino, der bestimmte Hollywood-Filme aus den 1940ern und 1950ern beschreibt. Humphrey Bogart ist das Erste, was einem einfällt. Und das sind so Filme, in denen ist es dunkel, in denen gibt es starke Licht- und Schattenkontraste. Es gibt öfter Flashbacks. Es geht oft um Korruption und um moralisch ambivalente Fragen und die dunkle Seite der menschlichen Natur. Einer der häufigsten Helden ist halt dieser Hardboiled Detective, der hartgesottene Detektiv, der zwar der Protagonist ist, aber der selber kein Engel ist und auch seine eigenen Fehler und Laster hat. Es gibt noch mehr Elemente, die femme fatale und die korrupten Polizisten und so. Aber ihr versteht schon, ja, es nimmt so dieses Klischee-Bild des Filnois und baut darum ein Computerspiel. Und das nimmt natürlich dann auch die stilistischen Elemente, nicht nur diese erzählerischen Stereotypen wie den Detektiven, die du gerade beschrieben hast, sondern auch die Tatsache, dass es ja Nacht ist, zum Beispiel dunkel ist und das Ganze ist ein Rauspflaster. Also diese Welt, in der wir uns begeben, das nächtliche Chicago, das wir hier erkunden, zumindest in ein paar Schauplätzen, das ist ein gefährlicher Ort durch Menschen, aber auch durch Fallen. Und es wird viel gestorben in diesem Spiel auf die unterschiedlichste Art und Weise. Das kann so einfach sein, wie auf der Straße einfach zu weit nach rechts zu gehen, dann fällt man unvermittelt in eine Baugrube und ist tot, ohne Vorwarnung und irgendwas. Aber du kannst auch von der Bombe zerfetzt werden, du kannst von der Polizei verhaftet werden, wenn du am falschen Ort zu lange wartest. Du kannst dir die falschen Drogen reinhauen oder Medikamente in diesem Fall ins Blut hauen und dann kratzt du ab. Und es geht natürlich auch Gestalten der Nacht, also Straßenräuber vor allen Dingen, die dir ans Geld wollen. Und wenn du das nicht möchtest, dann wollen sie dir ans Leder. Zu guter Letzt kannst du auch das akzeptierter spielen, das Befehl, auch zum Beispiel auf deine Waffe klicken, dann auf den Operate-Befehl, also das Benutzen, und dann auf den Self-Button, woraufhin sich unser Protagonist selbst erschießt. Und dann ist das Spiel auch vorbei, also auch das funktioniert. Aber, und das ist wieder das Gute daran, es gibt eine sehr komfortable Speicherfunktion, freies Speichern, beliebig viele Spielstände. Das heißt, du bist im gleichen Moment wieder da, wo du aufgehört hast, wenn du daran gedacht hast, zu speichern. Genau, man kann auf viele Arten sterben und es ist natürlich, auch das ist typisch für den Film Noir, ein urbanes Setting. Chicago, die Unterwelt, in der man sich jetzt hier zurechtfinden muss. Es hat auch einen recht expliziten Ton, finde ich. Also, auf der einen Seite beschreibt es manche Szenen einigermaßen drastisch. Also, man kann zum Beispiel erschossen werden und dann beschreibt das Spiel, wie sich unser Protagonist den Schmerzen am Boden windet, während ihm das Blut in den Mund und die Nase läuft und er dann langsam stirbt. Auf der anderen Seite hat es stellenweise diesen sarkastisch kommentierenden Tonfall, der ja auch so ein typisches Noir-Stil-Element ist, was hier manchmal sogar ein klein bisschen ins Alberne geht. Also, zum Beispiel in dieser Szene, die ich gerade beschrieben habe, wo man erschossen wird und sich am Boden windet, dann kippt das völlig und das Spiel sagt, während du stirbst, wird dir voller Einsätzen klar, dass du ohne frisch gewechselte Unterwäsche und Socken gefunden werden wirst. Und das ist ja mal ein alberner Kommentar. Und das passiert manchmal, aber das Spiel bemüht sich ansonsten eher, so einen sarkastisch kommentierenden Todfall anzuschlagen. Lakonisch würde ich sagen. Es hat so einen lakonischen Adventure-Tonfall manchmal. Also, es gibt ja zwei Arten von Text im Spiel. Das eine ist, das sind Reaktionstexte auf Sachen, die du tust und das andere ist halt Erzählung und Kommentar. Und die Reaktionstexte, wenn du halt dumme Sachen machst, wie in vielen Adventures, dann kriegst du auch eine dumme Antwort. Das macht es ganz nett. Das ist auch ein bisschen lustig und das ist nie so super albern, aber ein bisschen schon. Du kannst in der allerersten Szene in der Klokabine, kannst du halt versuchen, mit dem Toilettenpapier zu sprechen. Und wenn du das dann machst, dann sagt er, das Toilettenpapier hatte ich nicht gehört. Es hat wohl gerade nicht zugehört. Naja, ganz nett. Genau. Und davon hat es auch relativ viele kleine Zeilen. Und es hat dieses bizarre Element, wo ich jetzt gar nicht weiß, wo sich das herlehnt, dass es so bei Explosionen und bei Schüssen und bei Schlägen so eine Comic-Explosion einblendet mit so einem Wort drin. Bang! Das ist ein ganz dramatischer Effekt, vor allen Dingen, als du das erste Mal in eine Bombe läufst, die dann hochgeht. Aber das ist ein bisschen schräg, weil es so lustig ist dadurch. Ja, ich hätte gedacht, das ist eine Visualisierung von Ton für Systeme, die keine Soundausgabe haben. Aber das gilt ja für den Macintosh nicht. Der hat ja einen internen Speaker. Und darüber wird auch der sehr karge Ton des Spiels ausgegeben. Aber dazu kommen wir später noch. Also wir halten fest, wir sind hier in einer gefährlichen, nächtlichen Welt unterwegs. Wissen nicht genau, wer wir sind, haben aber offensichtlich irgendeine Form von Verbrechen begangen oder sind zumindest daran beteiligt und müssen jetzt schnell mal unser Gedächtnis wiederfinden, sonst ist Exitus. Das muss es sein. 520 South Catsea. Ein heruntergekommener Bungalow am Stadtrand von Chicago. Alles dunkel. Die Adresse stammt vom Foto einer brünetten Frau, die ich sicher hinreißen fände, wenn ich mich nicht gerade an den letzten Rest meines Bewusstseins klammern müsste. Das Foto lag in der Penthouse-Suite, zu der mich die Schlüsselkarte in der Brieftasche geführt hatte. Niemand zu Hause. Nichts darin kam mir bekannt vor. Nur dieses Foto als einzige Spur. Als letzte Hoffnung eines Ertrinkenden. Die Suche nach einem Taxi. Der Straßenräuber, der mir seine Knarre unter die Nase hielt und dem ich die Fresse polierte. Die lackierte Nachtschwalbe mit deren blitzenden Augen, die mich zu kennen schien und in ihrer Handtasche nach einer Überraschung für mich fingerte, bevor ich ihr mit meiner Faust das Licht ausknipste. Das alles hat mir Zeit gestohlen und Zeit ist die eine Sache, die ich gerade nicht habe. Keine Zeit lange nach einem Weg in diesem Bungalow zu suchen. Eine 38er-Kugel überzeugt das Türschloss, seine Arbeit aufzugeben. Drinnen sieht das Haus nicht besser aus als außen. Zerschlissene Tapeten, billige Möbel, ein Hauch eines süßlichen Parfums in der Luft. In einer Schublade liegt ein Tagebuch. Kein Name, nur die Buchstaben M und V. MV berichtet in Schönschrift von ihrer Affäre mit Mr. Sternwood, die sie über dessen unglückliche Ehe mit der unansehnlichen, aber leider sehr reichen Mrs. Sternwood hinwegtröstet. Dummerweise hat MV einen eifersüchtigen Ex-Lover an der Backe namens Joey Siegel. JS. Die Initialien auf den Sachen meiner Tasche. Das Siegel-Penthaus. Joey's Bar. Der Tote auf dem Schreibtisch. Die Aufgabe, das stellt sich ja gleich raus, haben wir schon so ein bisschen angedeutet. Man muss jetzt das Medikament finden, mit dem man sich heilen kann. Damit ist eine Teilaufgabe erledigt und man kann im Spiel ohne diese ständige Angst abzukratzen, weitermachen. Das Wichtige ist aber, dass man Informationen sammeln muss. Und da zeigt sich, dass das halt ein Detektivspiel ist, in dem man so Detektivsachen tut. Weil 90 Prozent der Rätsel, die man löst, drehen sich um Inventar-Items. Und vor allen Dingen drehen sie sich um Schriftstücke. Also es gibt zwei große Gruppen von Gegenständen, die die ganze Zeit unterschiedlich vorkommen. Und das eine sind Schlüssel. Also die weitere Eröffnung der Welt. Du kannst halt den Schlüssel zur Bar finden, in der du aufwachst. Du kannst den Schlüssel zu einem Auto finden. Du kannst den Schlüssel zu einem Schrank finden. Ein paar Türen, für die du keinen Schlüssel findest, kannst du aufschießen. Ja, das ist ja eine andere Art von Schlüssel. Der Universal-Schlüssel. Das ist der Skeleton-Key, genau. Und ansonsten findest du noch andere Inventar-Items, vor allen Dingen aber Schriftstücke, Briefe, Notizblöcke und solche Sachen. Und da sammelst du die Beweise, so ein bisschen en passant, die dich hinterher von dem Verbrechen reinwaschen können, das dir vorgeworfen wird. Genau, das ist der zentrale Punkt. Also es stellt sich dann raus, dass wir selbstverständlich nicht die Person waren, die diesen Menschen erschossen hat in der Bar, in der wir gefunden wurden, aber dass uns das in die Schuhe geschoben werden soll. Und dementsprechend ist die Hauptaufgabe erstens, Beweise zu finden, wer es wirklich war, um den wahren Täter überführen zu können und gleichzeitig aber auch all die Spuren, die zu uns führen, die falschen Spuren, die gelegt wurden, zu verwischen, die falschen Beweise zu vernichten. Und übrigens, je nachdem, welche Version von Déjà-Mu man spielt, im Original ja auf dem Mac-Etoche, aber das wurde partiert auf zahlreiche Plattformen, ist das unterschiedlich gewichtet. In der Mac-Version gibt es nur eine einzige falsche Spur, die man verwischen muss, nämlich die Tatwaffe sollte man tunlichst verschwinden lassen, die mit den drei leergeschossenen Patronen drin. Aber das war es dann schon. Es gibt aber auch viel mehr Spuren im Spiel, also falsche Spuren im Spiel, die auf uns verweisen, die von den wahren Täter gelegt wurden, damit die Polizei uns überführt. Und in anderen Versionen des Spiels muss man die auch finden und vernichten, was viel naheliegender ist, viel schlüssiger ist auch. Dass man also wirklich diese beiden Dinge macht, man findet die ganzen Beweise für die Schuld des wahren Täters oder in diesem Fall der wahren Täter und gleichzeitig muss man alle falschen Beweise vernichten. Aber wie gesagt, in der Originalversion nur die Tatwaffe. Es gibt eigentlich nur zwei Arten von Rätseln und das eine ist das Finden von Beweisstücken und oder das Verschwinden lassen von Beweisstücken und das Gelangen an Orte. Ich habe schon gesagt, dass es stark um Schlüssel und um Türen geht. Es gibt aber noch eine andere Mechanik und das ist das Taxifahren. Du kannst an bestimmte Orte fahren, wenn du die Adresse kennst. Und dieses Sammeln von Adressen, das ist ein weiterer starker Aspekt und der geht mit dem anderen Aspekt einher, weil du findest die Adressen natürlich in der Regel auf Schriftstücken. Da kommen wir wieder zusammen. Und diese Adressen, da bricht das Spiel mit deiner sonstigen super komfortablen Bedienung. Die musst du in ein Textfeld eintippen. Da sind wir wieder bei Sierra zurück. Im zweiten Spiel lösen sie das dann viel naheliegender und komfortabler, nämlich dann zeigst du dem Taxifahrer ein Schriftstück, wo eine Adresse draufsteht. So hätten sie es auch im ersten schon machen sollen. Aber immerhin haben sie dann im zweiten das gelernt. Aber ja, hier musst du es noch eintippen, genau. Das heißt, du musst es nicht unbedingt mitschreiben. Es ist ja noch die Ära, in der Spiele ganz selbstverständlich voraussetzen, dass du die eigenen Notizen machst. Das brauchst du bei Déjà-vu praktisch nicht, weil du fast alle Dinge auf Dokumenten findest und diese Dokumente ja immer bei dir führen kannst. Ich habe dann Mülleimer mitgenommen, den man im Büro findet und das war meine Dokumentenablage. Und da habe ich dann alles reingeschmissen, was ich so an Dokumenten mit Adressen draufgefunden habe und konnte das dann einfach immer nachgucken. Genau. Also du musst es schon parat haben. Du kannst es nicht aus irgendeinem Menü auswählen. Du musst es schon aus deinem Kopf eintippen. Aber ob du es dir auf einem Blatt Papier aufgeschrieben hast oder zehn Sekunden vorher aus dem Mülleimer nachgelesen hast, wie du das machen würdest, das ist dem Spiel egal. Ja, du hast gesagt, das ist ein Detektivspiel und vor allen Dingen ein Informationssammelspiel. Und ich würde auch sagen, ja, es ist auf jeden Fall ein Spurensuchespiel in der Hinsicht, dass du da eben Orte untersuchst, Indizien und Beweise sammelst und das sind in den meisten Fällen Dokumente, wie du das schon sagtest. Es ist jetzt kein Detektivspiel in dem Sinne, was man ja sonst auch häufig damit verbinden würde. Du befragst zum Beispiel keine Leute in dem Spiel. Es gibt keine Gespräche generell. Der Speak-Befehl ist nur dafür da, Taxifahren zu sagen, wo sie hinfahren sollen. Und ansonsten gibt es im Spiel keine Dialoge. Also es sprechen schon Charaktere mit dir, aber dann im Rahmen von der Erzählung und nicht in irgendeiner interaktiven Sequenz. Und was du auch nicht tust, ist so klassische Detektivsagen irgendwie beschatten, dich irgendwo verstecken, irgendwas beobachten oder sowas. Das passiert in diesem Spiel nicht. Es ist wirklich reduziert auf das Untersuche, Schauplätze und finde die Indizien. Und das macht das Spiel aber echt gut. Zum einen, weil sein Geheimnis ist gut konstruiert und es verteilt das auch schön auf die einzelnen Informationsfragmente, die du finden kannst. Viele davon sind überhaupt nicht nötig, um das Spiel zu beenden, sondern dienen wirklich nur deinem Verständnis als Spieler oder Spielerin für das Mysterium, was hier eigentlich geschehen ist. Das puzzelst du dir so aus den einzelnen Informationsschnipseln zusammen. Und das Spiel arbeitet auch schön mit Beschreibungen in den Texten. Zum Beispiel gibt es einen Geruch, der an bestimmten Orten in der Luft liegt. Eine Person hat ein auffälliges Parfum und überall dort, wo die war, liegt das in der Luft. Das sagt das Spiel so beiläufig in den Beschreibungstexten der Orte, aber das kann dir als Spieler, Spielerin auffallen oder halt auch nicht. Und es ist nicht nur wichtig, was ich finde im Spiel, sondern es ist auch wichtig, wo ich es finde. Wer hat denn eigentlich Zugang zu dem Ort? Wem gehört denn etwas vermutlich? Also zum Beispiel in der Bar im oberen Stock ist das Büro des Chefs und da gibt es ein Vorzimmer, da ist der Schreibtisch der Assistentin von diesem Chef. Und in der Schreibtischschublade wiederum liegt ein Umschlag mit einer Quittung, einer Bestellung aus einer Apotheke. Und nachdem das im Schreibtisch der Sekretärin liegt, ist relativ naheliegend, dass sie das aufgegeben hat, diese Bestellung. Oder ein anderes Beispiel, es gibt ein Bungalow im Spiel, da wohnt offensichtlich eine Frau und in diesem Bungalow liegt ein Schlüssel und stellt sich raus, das ist der Schlüssel zu unserem Büro, also von uns als Protagonist. Da fragst du dich dann natürlich, wieso hat die den und was hat sie damit gemacht? Und das erzählt dir das Spiel nicht. Das an keiner Stelle sagt das Spiel, so, Exposition Dump, diese Frau, die hier in dem Bungalow wohnt, hat diesen Schlüssel wegen A und sie hat B damit gemacht. Sondern das musst du dir schon selber zusammenreimen aus den ganzen Informationen, die du im Spiel findest. Genau, du musst es ja auch gar nicht wissen, wenn du einfach stumpf alles ausprobierst und diesen Schlüssel dann einsetzt und gar nicht checkst, was da abgeht, ist das Spiel dir nicht böse, du kannst es auch dumm spielen, aber es gibt dir diese Indizien, um dir diesen Fall zusammenzusetzen. Ich hatte einen Gegenstand übersehen im Spiel, du kannst gleich nicht im zweiten Raum, wenn du aus dem Klo kommst, das ist ja das Herrenklo, dann ist daneben das Damenklo, da kann man auch reingehen und dann kann man da einen Ohrring finden. Dann hast du ihn halt bei dir und weißt natürlich nichts drüber und später findest du dann den zweiten Ohrring und dann weißt du sehr genau, welche Person da gewesen sein muss auf dem Damenklo in der Bar. Das hatte ich überhaupt nicht gesehen, diesen Ohrring, habe ich komplett übersehen, habe ich dann auch später den gefunden und hatte halt keine Informationen darüber. Aber das ging dann halt auch. Also eine ganze Menge von den Sachen ist halt optional und du kannst es dir entweder halt so zusammenreimen aus anderen Indizien oder du verstehst halt mal eine Kleinigkeit davon nicht. Das mit dieser Damentoilette, da wo du gerade beschrieben hast, dass man diesen Ohrring findet, das ist übrigens eine unangenehme Stelle im Spiel, finde ich, aus dem modernen Blick. Das wäre mir damals im Jahr 1985 sicher nicht so aufgefallen. Vor der Damentoilette ist schon eine Pfütze auf dem Boden, wo sich unser Detektiv noch fragt, wo kommt die denn her? Hoffentlich liegt da nicht irgendwie eine Leiche in der Toilette, stellt sich aber raus, es ist nur Wasser, die ist aus dem Klo rausgelaufen, da ist die Kloschüssel nämlich offensichtlich beschädigt und dementsprechend läuft das Wasser da raus. Und ich habe mir da nichts weiter dabei gedacht, das Spiel nimmt das auch nicht weiter auf, das gehört nicht zum Kerngeheimnis des Spiels, warum jetzt die Kloschüssel da beschädigt ist. Aber dann findest du später raus, dass in dieser Damentoilette das Empführungsopfer, die Mrs. Sternwood, die wir im Kofferraum des Mercedes finden, dass die dort, sich mal aufgehalten hat, dass die dort deponiert wurde, sozusagen, zwischenzeitlich. Und die ist vom Spiel dadurch gekennzeichnet, dass die sehr, sehr übergewichtig ist. Und da macht das Spiel auch eine Reihe von unangemessenen Witzchen darüber. Also aus einer modernen Perspektive würde man sagen, Body Shaming. Und dazu gehört eben auch, dass die so dick ist, Gunnar, dass die Toilettenschüssel unter ihr zusammengebrochen ist. Ja, crazy. Da lässt das Spiel keinen Witz aus. Ja, also sonst nimmt es ja sein Szenario sehr ernst. Aber das lässt es sich dann halt doch nicht nehmen, diesen Gag. Ja, ist ein bisschen infantil, weil diese Frau ja wirklich in einem Kofferraum findest, wo sie mit Mühe und Not reingestopft ist. Ein bisschen unangenehm insgesamt. Selbst im fahlen Mondlicht wird klar, das Anwesen hier gehört Menschen, die die kiesbedeckte Auffahrt noch nie in ihrem Leben zu Fuß hochgelaufen sind, so wie ich es gerade tue. Hinter den schweren Vorhängen im Obergeschoss schlafen die Sternwoods. Das heißt, nur Mr. Sternwood. Seine Frau liegt gefesselt im Kofferraum des Mercedes vor Joes Bar. Eine Quittung aus dem Büro der Bar hatte mich zu der Apotheke geführt, aus der das Zeug stammt, das mir in die Venen gerammt worden war. Mit bleischwerem Kopf war ich eingebrochen, hatte innen den Aktenschrank aufgeschlossen, die Aktenblätter nach dem Namen des Gegenmittels durchwühlt. Eine Spritze später war die Erinnerung in meinen Kopf geströmt wie warmes Gold. Ich hieß Ace Harding, war mal Boxer, bevor der Mob meine Karriere ruinierte, schlug mich seitdem als Privatschnüffler durch, hatte zu viel Zeit in Joey Siegels schäbigen Casino verbracht, schuldete ihm Geld, viel Geld. Joes Assistentin war eine brünnette Schönheit namens Marsha Wickers, MV. Ich war nochmal zurückgefahren zu Joes Bar, hatte den Tresor geknackt und darin den Schlüssel zum Kofferraum des Mercedes gefunden. Und darin wiederum Mrs. Sternwood. Bewusstlos, aber noch am Leben. Durch sie bekam ich die Adresse des Anwesens, an dessen schwere Holztür ich jetzt klopfe. Ein Butler öffnet, bekommt meine Faust ins Gesicht und fällt wortlos um. Mr. Sternwood und Wickers liegen schlafend im Bett, ausgepumpt von ihrem perfekten Verbrechen. Nichts ahnend, dass ihr Sündenbock gerade auf ihrem Perser-Teppich steht, ihre Nachttische durchsucht und die beiden Dokumente findet. Den Erpresserbrief von Joey Siegel an Sternwood, in dem er droht, Mrs. Sternwood die Affäre zu enthüllen und den minutiösen Zeitplan, den die beiden für diesen Abend aufgestellt haben. Von der Entführung von Mrs. Sternwood bis zur Platzierung all der gefälschten Beweise, die den mutmaßlichen Täter belasten sollten. Mich, Ace Harding. Du hast es schon angedeutet, es gibt ja Fallen und Tode und darüber möchte ich eine Sekunde sprechen. Also das Erste ist, du versuchst halt, der Bar zu entkommen und einer der Wege da rausführt in die Kanalisation und dann begegnest du in der Kanalisation einem Alligator. Ja, klar. Als wären wir in Florida, mitten in Chicago in der Kanalisation steht ein Alligator rum und bringt dich auch um, wenn du nicht in dem einen Zug schnell ihn erschießt. Das war gleichzeitig ganz schön stressig und andererseits aber auch schön, weil das Erste, was ich gemacht habe, ist halt total mechanisch die Waffe zu nehmen und die abzufeuern und dann hat das geklappt und dann war ich sehr befriedigt, dass diese einfache, aber sehr Humphrey Bogart artige Lösung funktioniert hat. Hat mir gut gefallen. Ja, also das Spiel hat generell ein paar Spielmechaniken, die sich logisch ableiten aus seinem Szenario und seiner Bedienung und das hat vor allem mit der Ausübung von Gewalt zu tun, interessanterweise, weil überraschend viele Dinge im Spiel lassen sich damit lösen und das finde ich gar nicht schlimm, sondern das finde ich sogar super, weil das sehr gut reinpasst in dieses Szenario und auch zu unserer Person. Wir sind ja immerhin ein ehemaliger Boxer und klar haut der Leuten auf die Nase, wenn dir dieser Straßenräuber zum Beispiel über den Weg läuft, der zufällig auftauchen kann auf der Straße und seine Waffe und die Nase hält, dann verpasst ihm halt ein blaues Auge. Mit Schlagen löst man also ein paar Situationen im Spiel und du hast vorhin auch schon gesagt, die Waffe, die man im Inventar hat, die Schusswaffe, ist ein Werkzeug, das du mehrmals im Spiel dazu benutzen kannst und musst, um Dinge aufzuschießen, Türen aufzuschießen, Schlösser aufzuschießen. Also das ist angenehm pragmatisch. Später in der Geschichte der Adventures und wenn wir ehrlich sind, bis heute machen Adventures ein Wahnsinnsgewese um die einfachsten Sachen. Da darfst du um Gottes Willen ein Rätsel nicht auf die naheliegende Weise lösen dürfen. Auf gar keinen Fall, sondern da musst du erst den Zucker zum Affen bringen und den in die Waage setzen, damit am anderen Ende der Welt das Telefon klingelt. Aber so ist das hier nicht. Die naheliegende Lösung ist hier die richtige. Ja, genau. Diesen Straßenräuber, das wird ja so eine Art Running Gag, der kommt viermal insgesamt und wenn du ihm beim vierten Mal nicht Geld gibst, dann erschießt er dich. Du kannst ihn auch nicht erschießen, das funktioniert hier nicht. Aber davor kannst du ihn halt dreimal hauen und dann kommt er jedes Mal wieder zu dir und ist mehr angeschlagen noch vom letzten Mal. Das ist irgendwie ganz, Entschuldigung, das hat mich sehr befriedigt irgendwie. Ich habe auch einen einfachen Humor. Das ist sehr nett. Das ist ein bisschen eine stressige Stelle, weil ich habe lange nicht gecheckt, dass ich ihm auch einfach Geld geben kann und dass ich das Geld nicht brauche, das ich hatte. Also ich hatte mehr Geld als nötig und hätte ich es auch einfach mir ersparen können. War aber auch ganz cool und dann habe ich ihn halt dreimal verprügelt und dann Ewigkeiten rumgemacht, um die Lösung für die vierte Konfrontation zu finden. Ja, ich dachte auch, das ist so eine Safe-Scoming-Stelle. Der kommt ja zufällig, dass du es halt vermeiden musst und ich fühlte mich so ertappt, als ich dann irgendwann begriffen habe, dass ich dem einfach den 20-Dollar-Schein geben muss, weil dafür ist er da. Aber meine Krämerseele sagt natürlich, nein, ich werde doch diesen 20-Dollar-Schein, den einen, den ich habe, nicht weggeben. Den werde ich bestimmt noch brauchen später, wie die 27 Heiltränke, die ich auch noch hier im Inventar habe. Aber genau dafür ist er da. Gib dem Räuber das Ding und dann bist du ihn los. Ja, genau. Ich habe mich über die Szene bis zum Schluss geself-scumpt und habe das erst im Nachhinein gecheckt. Ich durfte mal, ey, meine Herren. Ja, also heutzutage, ich habe das natürlich im Emulator gespielt, da ist das eine Sache von Sekunden. Damals auf dem Macintosh war das mit dem Laden und Speichern auf der Diskette noch eine längere Angelegenheit. Da, glaube ich, hat das noch mehr geschmerzt, wenn man nicht schnell auf die Idee gekommen ist, einfach das Naheliegende zu tun. Ja, das stimmt. Das ist generell eine der anderen Mechaniken, die auch gut in die Welt passen und die dieses Spiel mehr macht als andere Spiele. Hier kannst du halt Geld einsetzen und nicht zu knapp. Du kannst einem Bettler Geld geben, dann gibt er dir die Information. Du brauchst Geld zum Taxi fahren. Du musst an zwei, drei, vier Orte fahren und musst jedes Mal 75 Cent, also drei 25 Cent Münzen, drei Quarter. Da ins Taxameter werfen. Du kannst eine Waffe kaufen beim Waffenhändler für 20 Dollar, die du nicht brauchst. Das ist eine reine Geldverschwendungsgeschichte. Du hast ja eine Waffe und findest noch eine weitere Waffe. Es gibt drei Handfeuerwaffen im Spiel. Du kannst Geld in einer Slotmaschine einsetzen, in einem einarmigen Banditen, was du sogar machen musst, weil du dann damit so viel Quarter gewinnst, um damit mehr Taxi fahren zu können. Also das war der ganze Geldeinsatz, aber relativ oft kommt dein Geld zum Einsatz. Und auch das fühlt sich in dieser Welt völlig logisch an. Du brauchst das Geld halt wirklich und du setzt es halt auch ein. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Das stimmt, das nimmt jetzt auch nicht überhand. Aber dieser Geldeinsatz ist auch ein schönes Beispiel für was anderes, was ich ein wirklich angenehmes Element an dem Spiel finde, nämlich, dass es in seiner kompakten Welt ein ordentliches Maß an Nicht-Linearität hat. Also nicht unbedingt in der Haupthandlung, dafür nicht naheliegend die Schlüssel zum nächsten Schauplatz und so weiter. Aber auf die Art und Weise, wie du Dinge angehst, weil auch viele Sachen im Spiel optional sind. Du hast gerade schon gesagt, du kannst diese dritte Waffe kaufen, musst du es aber nicht. Du kannst dem Bettler Geld geben für den Hinweis, musst du es aber nicht. Es gibt ganze Begegnungen, die du haben kannst oder nicht. Auf der Straße kann dir zufällig eine Sexarbeiterin begegnen, die nicht gut auf unseren Protagonisten zu sprechen ist. Diese Situation löst man auch wieder mit einem bewährten Faustschlag. Und das musst du aber nicht. Du kannst das ganze Spiel wunderbar lösen, ohne dass dir das passiert. Und allein schon am Anfang, du bist ja da in dieser dunklen Bar, in Joey's Bar und möchtest da raus. Und es gibt gleich mehrere Wege, über die du das machen kannst. Du kannst den Schlüssel für die Vordertür finden, da rausgehen. Du kannst über die Kanalisation auf die Straße rausgehen, aus dem Gully klettern. Du kannst auf die Feuerleiter steigen, aus dem Obergeschoss und runter in eine nahe Gasse gehen. Also alles völlig legitime Arten und Weisen, da rauszugehen. Und keine ist besser oder schlechter als die andere. Das hat mir schon sehr gut gefallen, dass das Spiel dir da unterschiedliche Sachen anbietet und dass es auch Gegenstände im Spiel gibt, die du einsetzen kannst, wie zum Beispiel das Geld, aber nicht muss. Du hast diesen 20-Dollar-Schein, du kannst noch einen zweiten finden und das kann dir das Leben leichter machen, aber du bist nicht gezwungen, das auch zu nutzen. Genau. Was es dafür nicht macht, ist das, was später zu einer typischen Adventure-Mechanik wird. Es lässt dich nicht im großen Stil Gegenstände kombinieren und du musst auch selten Gegenstände auf Gegenstände anwenden. Ja klar, musst du vielleicht eine Waffe laden und wenn du eine Chemikalie findest, musst du sie in die Spritze tun. Das ist schon relativ naheliegend, aber diese ganzen esoterischen Kombinationen, die Ente mit der Stromleitung und der Zucker mit dem Affen, die es in anderen Spielen gibt, die kommen hier nicht vor. Die einzige, auf den ersten Augenblick nicht superintuitive Anwendung eines Gegenstandes ist, als du mit dem Stift, den du gefunden hast, was durchpausen musst an einer Stelle. Ja, wie wir alte Detektive wissen doch, dass wir das machen müssen. Genau, das haben wir ja auch schon in Deadline gemacht und so, in anderen Spielen in derselben Zeit und in Detektivspielen ist das eine bewährte Mechanik. Aber das ist schon die exotischste Gegenstandskombination, würde ich sagen, den Stift zu benutzen mit dem Notizbuch und was durchzupausen. Man könnte dem Spiel theoretisch auch vorwerfen, dass es von den wenigen Verben, die es hat, auch noch nicht mal vernünftig Gebrauch macht. Es gibt zum Beispiel das Consume-Verb, um etwas zu essen oder zu trinken und das brauchst du nie. Im ganzen Spiel kein einziges Mal. Du kannst es auf allerlei Dinge anwenden, kannst dir ein halbes Inventar essen, Münzen, Papiere, alles Mögliche. Ist das Spiel dann immer kommentiert, dass das alles sehr lecker ist, aber da kommst du dann in eine Sackgasse, weil dann kannst du halt das Spiel nicht mehr lösen. Aber es ist ansonsten nicht notwendig und wie gesagt, der Speak-Befehl ist auch irreführend, denn du kannst damit keine richtigen Gespräche führen. Aber ansonsten ist das eben alles relativ einleuchtend und kompakt, wobei ich sagte vorhin, das ist immer das Naheliegende, was man machen muss. Es gibt zwei Ausnahmen, nämlich einmal, wo das Spiel dich wirklich absichtlich in die Irre führt, ist, du musst eigentlich an einem Spielautomaten Geld verdienen, weil du ein paar mehr Münzen brauchst, um die Taxa-Fahrer bezahlen zu können. Und das ist auch zufällig und das Spiel sagt dir, wenn du da die ersten Münzen reinwirfst, dann sowas wie, hey, gib's auf, Glücksspiel lohnt sich nicht, das wird nichts mehr. Und das ist absichtlich irreführend, wie gesagt, weil du musst das machen. Ich hab mal überlegt, auch da finde ich die mehreren Lösungsmöglichkeiten, die das Spiel dir anbietet, ganz cool, weil ich glaube, theoretisch kannst du das Spiel lösen, ohne dass du dieses Geld gewinnst, weil du musst im Spiel sechsmal Taxi fahren und dein Münzgeld reicht für zwei dieser Fahrten. Du kannst die Taxis aber auch mit dem 20-Dollar-Schein bezahlen, dann kriegst du kein Wechselgeld, sondern der Taxifahrer freut sich über das sehr großzügige Trinkgeld, aber davon hast du ja auch zwei, das sind vier Taxifahrten. Und es gibt zwei Taxis im Spiel, ich hab mich gefragt, warum zwei, das macht dir überhaupt keinen Sinn, aber du kannst auch aus dem Taxi aussteigen, ohne es zu bezahlen. Dann beschwert sich der Taxifahrer und fährt dich halt nicht mehr irgendwo hin, aber das Spiel geht weiter und weil du zweimal aus dem Taxi aussteigen kannst, ohne zu bezahlen, weil es ja zwei gibt, müsste das eigentlich für die sechs Fahrten reichen. Ich hab's jetzt nicht ausprobiert, ob dann nicht am Ende doch die Polizei kommt und dich verhaftet, aber theoretisch müsste das gehen. Doch eine Fahrt ist doch umsonst, oder ist das im zweiten Teil? Im zweiten Teil sind alle umsonst, aber im ersten Teil musst du alle bezahlen. Der Typ, der dich umsonst rumfährt, der ist im zweiten Teil? Der ist im zweiten Teil, ja, okay. Aber die andere Stelle, also das ist ein Rätsel, das finde ich wirklich doof, bin gespannt, was deine Meinung dazu ist und da geht es um die Frage, wenn wir den Kofferraum des Mercedes dann aufbekommen, um endlich mal nachzugucken, ob da wirklich diese ominöse Mrs. Sternberg drin liegt und feststellen, ja, die liegt da gefesselt und geknebelt drin, dann ist die nächste Frage, okay, wenn ich das rausgefunden habe, ich kann ihr den Knebel abnehmen, übrigens auch ganz schön, das ist ein Objekt, das ziehe ich einfach mit der Maus von ihrem Mund runter. Und was dann? Jetzt möchte ich eigentlich mit ihr sprechen, weil ich will eine Information von ihr haben, aber das geht nicht. Der Speak-Befehl, wie gesagt, funktioniert nicht zum Sprechen, der ist nur für die Taxifahrer da und es ist mir ums Verrecken nicht gelungen herauszufinden, wie ich mit dieser Frau interagieren kann. Und was ist die Lösung genau? Oh, das war ja eine schreckliche Stelle, weil alles Offensichtliche funktioniert nicht, sondern man muss ein Wahrheitsserum einsetzen, damit sie zu reden anfängt. Man findet im Spiel, das ist ein bisschen Teil dieser Spurensuche um das Medikament rum, mit dem du dich heilst, man findet im Spiel lauter Chemikalien, die einem nichts sagen und die man dann nachgucken kann an anderer Stelle im Spiel und dann findet man halt dieses Wahrheitsserum und man muss dann drauf kommen, dass man das da einsetzen kann. Das fand ich unintuitiv. Das ist bescheuert. Das ist völlig unintuitiv, genau, weil das Spiel gibt dir halt auch keinen Hinweis darauf, warum eine Interaktion mit der Frau nicht möglich ist. Wenn das Spiel halt wenigstens einen Dialog hätte, wo sie dich offensichtlich anlügt oder dir irgendeinen Hinweis geben würde, dass du sie dazu bringen musst, dir die Wahrheit zu sagen. Ansonsten ist es eigentlich immer sehr informativ. Der Examenbefehl funktioniert eigentlich immer wunderbar. Ausgerechnet an dieser Stelle gibt es dir keine adäquate Beschreibung der Situation. Das ist sehr unglücklich. Ja, es ist ein bisschen ein Ausschlussprinzip hier, wie man überhaupt weiterkommen kann, weil es einen richtig logischen Weg gibt. Und es gibt auch gar keinen Grund, warum sie dir nicht sagen sollte, was sie weiß. Du hast sie ja gerade aus dem Auto gerettet. Das ist irgendwie sehr komisch. Das ist schon die überraschend schwierigste Stelle. Ja, würde ich auch sagen mit Abstand. Aber wenn man das gemeistert hat, dann ist der Rest ziemlich naheliegend und dann muss man eigentlich nur noch darauf kommen und das vielleicht auch mit dem Ausschlussprinzip herausfinden, welche Beweise man jetzt tatsächlich braucht, um die Polizei davon zu überzeugen, wer die wahren Täter sind und gleichzeitig, was man verschwinden lassen muss, damit man nicht selbst verhaftet wird. Denn das Spiel endet dann, wenn man in die Polizeistation marschiert. Also man führt das Ende des Spiels auch selbst dabei, indem man sich der Polizei stellt. Und dann gibt es eine kurze Endbesprechung, wo das Spiel dir mitteilt, was jetzt mit dir passiert und was die Polizei auch denkt über den Fall. Also zum Beispiel, wenn die zu viele Beweise haben, die gegen dich sprechen, dann wirst du halt verknackt. Oder wenn die nicht überzeugt sind, dass du genügend Beweise hast gegen die Täter, dann wirst du auch verknackt. Und da kriegst du also nochmal einen kleinen Hinweis, was jetzt möglicherweise fehlt. Aber im Endeffekt ist es das. Wir haben die richtigen Sachen dabei, die richtigen Sachen verschwinden lassen und dann ist das Spiel zu Ende. Das ist das Ende. Als ich in die Polizeistation marschiere, klicken die Handschellen. Inzwischen haben sie Joey Siegel tot auf seinem Schreibtisch gefunden. Ich bin der Hauptverdächtige. Die Bullen lieben einfache Fälle. Deshalb gefällt ihnen nicht, dass sie die Tatwaffe nicht finden können. Ich habe sie in der Kanalisation versenkt. Auf Nimmerwiedersehen. Noch weniger schmeckt ihnen, als ich meine eigenen Beweisstücke aus der Tasche ziehe. Das Tagebuch, das die Affäre zwischen Marsha Wickers und Mr. Sternwood belegt. Den Erpresserbrief, der den beiden ein Motiv gibt. Und den Ablaufplan, mit dem die beiden die Tat geplant haben. Auch meine Erinnerung ist wieder da. Wie Mr. Sternwood ein paar Tage zuvor bei mir ins Büro kam und mir offenbarte, dass seine Frau entführt worden sei, ob ich bereit wäre, das Lösegeld zu übergeben. Treffpunkt um drei Uhr nachts in Joey's Bar. Als ich dort durch die Tür trat, gingen meine Lichter aus und kurz darauf wachte ich in der Klo-Kabine wieder auf. Das genügt für den Prozess. Statt mir landen Miss Wickers und Mr. Sternwood hinter schwedischen Gardinen und Joey Siegel hat meine Schuld mit ins Grab genommen. Sieht ausnahmsweise mal gut aus für den alten Ace Harding. Aber ich habe so ein komisches Gefühl, dass das nicht lange so bleiben wird. An dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an unseren Ace Harding, der uns in den Einspielern durch die Geschichte von Déjà-vu geführt hat. Vielleicht hat der eine oder andere von euch die Stimme erkannt. Das war Kevin Arnold. Ihr kennt Kevin aus seinem Bucketheads-Podcast oder auch als Expertengast in unserer Folge Die Welt von Star Wars. Und hier war er jetzt Noir-Detektiv. Kevin, ganz herzlichen Dank. So, genau. Und wir beide waren gerade beim Spielende in der Polizeistation. Genau. Ich bin da natürlich mit unzureichenden Beweisen reingelaufen beim ersten Mal und hatte dann, wie ich fand, nicht den ganz klaren Hinweis, was da fehlt. Nee, das ist nicht eindeutig. Also es sagt dann nicht, jetzt fehlt uns ein Hinweis auf irgendwas Bestimmtes. Es fehlt halt dann eins von diesen drei Schriftstücken, die du finden kannst, die halt zu dieser Beweiskette gehören. Die springen dir nicht so raus, wenn du sie dabei hast, finde ich, im Auge, wo du denkst, das ist jetzt das, was mich freispricht. Da ist dann zum Beispiel der Plan der Bösewichter beschrieben, wie sie dich hinhängen wollen. Und ich musste dann zurückgehen und nochmal die ganzen Schauplätze absuchen, ob ich irgendwo ein Beweistück übersehen habe. Ja. Also zurückgehen meine ich in Safe Game Laden. Naja, nein. Aber das war nicht so schlimm. Wie gesagt, es ist ein schnelles und ein ökonomisches Spiel, weil es auch eine schnelle, einfache Bewegung hat durch diese Welt. Ja, absolut. Und es gibt nicht so viele Schauplätze oder Gegenstände im Spiel, als dass das jetzt unüberschaubar wäre, zumal das ziemlich logisch ist, was du brauchst und wie das Tatgeschehen letztendlich war. Also ich fand, dass eine befriedigende Auflösung, und er hat bei Krimis, gerade bei Krimis, auch in Spielen dieser Ära, ja häufiger mal die Situation, dass die Auflösung unbefriedigend ist oder irgendwie holter die polter. und hier ist das ganze Mysterium, das nicht überbordend ist, das nur sehr überschaubares Personal hat, gibt nur wenige Leute, gibt nur wenige Schauplätze, ist trotzdem ganz clever konstruiert. Die Gegenspieler sozusagen, die Warentäter, das ist vielleicht das eine, was ein bisschen schade ist, treten nie aktiv in Erscheinung. Du lernst die nicht kennen, du kannst nicht mit denen sprechen, triffst die zwar einmal im Spiel, aber da schlafen sie und dementsprechend bleibt das da ein bisschen anonym, aber ansonsten fand ich das einen überzeugenden Fall. Ich fand es am Ende ein bisschen hastig, weil du findest die ganze Zeit diese Dokumente und diese Schauplätze, die mit dir sprechen, indem sie dir irgendwelche Verbindungen herstellen durch das Parfüm oder den Ohrring oder so und dann kommst du an den letzten Schauplatz, wo diese Bösewichte gerade schlafen und du nur eindringst und die auch gar nicht konfrontierst, sondern da nur in ein Wohnhaus eindringst und deren Nachtschränke durchsuchst, ohne sie zu wecken, ohne irgendwas zu tun und dann ist da ein Schriftstück, da steht halt der ganze Plan nochmal drauf und da dachte ich, jetzt ist aber, das ist ein bisschen viel, das hätte ich doch nicht aufgeschrieben an deren Stelle. Ja, aber das ist ja das, was du durchpausen musst, das haben sie ja vernichtet. Ja, genau, das ist immerhin das, aber 70 Prozent der Gesamterklärung dieses Falles ist in einem Dokument. Ja, ja, das stimmt schon, aber zu einem Zeitpunkt, wo du das eigentlich alles schon wissen kannst. Ja, da weißt du alles schon, du hast recht, es ist eigentlich mehr ein Beweisstück als ein Handlungselement, wo du was daraus lernen musst, sondern nur, wo du siehst, aha, so war es. Ich habe ein bisschen unaufmerksam gespielt und habe da trotzdem noch neue Sachen draus erfahren, so ist es nicht. Ja, das stimmt, wir sind auch hinterher dann, und das ist ja eigentlich auch ein schöner Moment, dass hinterher, wenn das Spiel dir sagt, so war es, dass dir dann aufgeht, ach guck, das hätte ich doch schon wissen können, da war doch hier schon ein Hinweis drauf und da schon ein Hinweis drauf und das finde ich immer und wie gesagt logische Auflösung, die mir gut gefallen hat. Ja, jetzt haben wir eigentlich unsere Spielbeschreibung soweit, vielleicht noch zwei Worte zur Technik oder zur Präsentation. Wir haben es ja schon gesagt, es ist ja alles in schwarz-weiß präsentiert, was aber zu dem Noir-Stil des Spiels wunderbar passt. Der Macintosh profitiert von seiner vergleichsweise hohen Auflösung. Der hat ja eine Auflösung von 520 mal 342 Bildpunkten. Und auch wenn die Grafik nur ein Teil davon ist, weil drumherum die ganzen anderen Fenster platziert sind, Inventar und so weiter, ist das natürlich auch nur deswegen so gut möglich, weil der Macintosh halt diesen Raum hat durch seine hohe Auflösung. Die anderen Plattformen, auf die das Spiel ja auch portiert wird, da merkt man dann, wie problematisch das ist, wenn die das alles auf einmal auf dem Bildschirm unterbringen müssen. Da wird es dann schon sehr eng, weil durch seine höhere Auflösung bringt der Macintosh doppelt so viel Information auf den Schirm, wie zum Beispiel ein PC oder ein C64 in dieser Zeit. Und das schaffen auch nicht mehr alle Plattformen dann, diese ganzen Informationen auf einem Screen runterzubringen und müssen sich auf unterschiedliche Arten damit behelfen. Dazu kommen wir später noch mal kurz. Genau, das erzählen wir dann noch mal gleich. Aber ansonsten, das sind statische Bilder, da gibt es jetzt hier noch keine Animationen, die tauchen dann erst mit späteren Spielen, also im Nachfolger auf. Da gibt es dann ein paar, also das, was du beschrieben hast, dass der Straßenräuber jedes Mal, wenn er auftaucht, ein blaues Auge mehr hat und dann eine gebrochene Nase, je nachdem, wie oft du ihn geschlagen hast, das ist schon das Highlight der Präsentation. Das ist schon so das Größte an Veränderung, was das Spiel dir anbietet. Ansonsten hat es halt seine schön gezeichneten, einigermaßen detaillierten, hochauflösenden Schauplätze. Vergleichsweise karg im Kontrast dazu ist die Soundkulisse. Es gibt keine Musik im Spiel, außer den Trauermarsch von Chopin, wenn man stirbt. Das ist die einzige Musik, die man hört. Und ein paar Geräusche, wenn man schlägt, schießt oder die Polizeisirene zu hören ist oder eine Bombe explodiert, aber das war es schon. Genau, das ist nur zur Untermalung von eh schon dramatischen Momenten, die das Spiel ja auch dann durch diese dramatische Grafikveränderung anzeigt, indem es da den Hauptbildschirm durch ein flächendeckendes, lautmalerisches Wort ersetzt. Ja, okay. Jetzt steht nach dieser ganzen Beschreibung dieses Spiels auch eine große Frage über uns, eine detektivische Frage, nämlich, wenn das so innovativ war, wenn das diese ganzen Dinge vorweggenommen hat, hier mit Point-und-Klick-Steuerung und allem, welche Wirkung hatte das Spiel dann letztendlich? Warum sprechen wir da heute darüber? Und um da einen gewissen Cliffhanger herauszumachen und euch noch ein bisschen zappeln zu lassen, bevor wir diese Frage beantworten, würde ich sagen, schieben wir an dieser Stelle erstmal die Entstehungsgeschichte ein und erzählen euch, wie es eigentlich dazu kam, dass dieses Spiel entstanden ist und von wem das stammt. Was sind denn das überhaupt für Leute, die so ein Spiel gemacht haben auf dieser exotischen Plattform oder zumindest für Games ungewöhnlichen Plattform in dieser frühen Zeit? Das Spiel ist eine Entwicklung einer Firma, die zunächst als TMQ-Software startet. Später heißt sie dann ICOM. Das ist auch der Name, unter dem diese Spiele vermarktet werden. Und TMQ-Software wird im März 1981 gegründet von Todd Sipnick. Das ist in Chicago zufällig da, obwohl das ja so ein schwieriges Pflaster ist und alles so gefährlich ist. Und der Todd Sipnick, der hat Anfang der 80er bei einer Firma namens NEC Home Electronics gearbeitet. Also das ist die US-Zweigstelle des Heimelektronik-Arms, dieses japanische Mischkonzerns, NEC Corporation. Die haben dann Stereoanlagen vertrieben, Fernseher und ab 1981 dann auch Heimcomputer. Die hatten einen eigenen 8-Bit-Computer, den NEC 8001. Den gab es halt 1979 in Japan und der dann anderthalb Jahre später dann auch im US-Markt kommt. Und damit erkennt offenkundig der Sipnick eine Veränderung und steigt dann da aus und gründet sein eigenes Unternehmen. Genau, dieses Unternehmen heißt TMQ-Software. TMQ steht für Trademark of Quality, also Gütesiegel. Und diese Firma hat am Anfang ihren Sitz im Keller des Elternhauses von Todd Sipnick. Der ist noch ein junger Mann. Das ist in einer gepflegten Wohnsiedlung in Wheeling. Das ist eine Gemeinde im Norden des Großraumes Chicago, in Illinois, also im Nordwesten der USA. Ja, und das TMQ, das der Todd Sipnick da gründet und auch relativ schnell dann wachsen lässt, das ist am Anfang eine ziemlich wilde Firma. Wir haben mit zwei der neun Beteiligten an Déjà-vu gesprochen mit Steve Hayes und mit Todd Squires, die uns mal Fragen dazu beantwortet haben. Und der Todd Squires, der war wie gesagt einer der Menschen, die dann an Déjà-vu mitgearbeitet haben, der beschrieb uns den Todd Sipnick als einen typischen Entrepreneur. Also jemanden, der Gelegenheiten sieht, Gelegenheiten ergreift, die entweder im Markt gerade angelegt sind oder auch einfach in Fähigkeiten seiner Mitarbeiter. Und entsprechend macht TMQ in den ersten Jahren eine breite Palette von unterschiedlichen Dingen. Da wäre zum Beispiel Anwendungssoftware. Eines der ersten Produkte der Firma ist eine Datenbanksoftware, die heißt Filefax. Die stammt ursprünglich wohl von einer Firma namens Omniware und erscheint für den Apple II. Und das Produkt landet dann bei TMQ. Und die bewerben es ab 1982 mit Anzeigen in Computermagazinen und portieren es vor allen Dingen auf eine ganze Reihe weiterer Plattformen in dieser Zeit. Aber TMQ vertreibt auch Spiele. Eines der ersten davon ist ein Pac-Man-Klon namens Pig-Pen. Auch der kommt 1982 raus. Das ist ein Reverse-Pac-Man. Da sammelt man keine Punkte, sondern man sät als Farmer Samen aus und muss das ganze Labyrinth vollfüllen, während man von wilden Schweinen verfolgt wird. Das ist so ein typisches Arcade-Gespiel dieser Ära. Aber das Kerngeschäft von TMQ in dieser Ära, spätestens ab 1983, sind Portierungen. Die Firma bekommt nämlich von Atari den Auftrag, einige ihrer Arcade-Spiele auf Heimcomputer zu portieren. Atari fühlt im Jahr 1983 schon den einsetzenden Videogame-Crash. Die Firma macht da schon hunderte von Millionen Verluste und ist deshalb wohl auch bereit, den Heimcomputermarkt jetzt auch abseits ihrer eigenen Atari-8-Bit-Computer zu bedienen und abzugrasen. Und TMQ portiert dann also Atari-Spiele wie Robotron 2084, Ms. Pac-Man oder Dictac auf Plattformen wie den Apple II, den C64 oder sogar den PC. Und TMQ arbeitet nicht nur für Atari, sondern auch für andere Firmen. Für Electronic Arts konvertieren sie zum Beispiel das Jump'n'Run Hardhead Mac auf den PC und für Lucasfilm Games bringen sie Rescue on Fractalus auf den Apple II und noch ein paar mehr. Aber TMQ macht auch eigene Spiele und zwar in erster Linie für exotische Plattformen, denn der Todd Sipnick hat durch seine Zeit bei NEC noch Connections zu japanischen Herstellern. Er reist auch mehrmals nach Japan. Für die Mitarbeiter bei TMQ ist es nicht ungewöhnlich, dass japanische Geschäftsleute zu Besuch in den Büros sind. Und so wird TMQ eine der wenigen Firmen, die einen recht glücklosen japanischen 8-Bit-Computer unterstützen, nämlich den Panasonic JR200U. Der startet 1983 in den USA und der für erscheinende Handvoll Spiele, unter anderem eben von TMQ. Todd Sipnick bezieht durch seine Verbindungen mit japanischen Herstellern auch Computer für seine Firma. Der Todd Squires hat sich zum Beispiel erinnert, dass sein erster Arbeitscomputer bei TMQ ein PC-8000 von NEC war. Diese Japan-Verbindung wird in der Geschichte der Firma auch später von ICOM immer wieder auftauchen. Und auch in unserer Erzählung über Déjà-vu kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber zum Abschluss noch für die wilden Jahre sozusagen von TMQ, weil was fehlt noch? Es fehlt auch noch Hardware natürlich. Da gibt es noch ein Projekt mit einem Ingenieur namens Kevin Gilmore. Und den setzt der Todd Sipnick auf ein Projekt für die Marktforschungsfirma Nielsen. Gemeinsam mit einem Programmierer soll der Gilmore da ein Gerät für Meinungsumfragen entwickeln. Also wie du es beschreibst, ist es völlig agnostisch. Er findet halt ein Projekt und er findet einen Menschen, der das tun kann. Und dann bringt er diese beiden in seiner Firma zusammen und dann passiert was. Nicht immer alles erfolgreich, aber es passiert was. Der Todd Squires hat uns das als ein super dynamisches Umfeld beschrieben. Ständig kamen Leute, ständig gingen Leute. Die Firma zog während der Wachstumsphase mehrmals um. Zwischen 1981 und 1984 gibt es mindestens drei verschiedene Firmenadressen in Chicago. Also er bleibt immer in diesem Bereich. Und dass die Besetzung oft wechselt, das ist nicht nur der Dynamik des Unternehmens geschuldet, sondern es hat auch mit den Vorlieben von Todd Sipnick zu tun und dessen Personalpolitik. Denn der heuert, und das haben wir ja schon öfter in dieser Phase der Spielindustrie gehört, der heuert Studenten und Schüler an. Das ist günstig, die arbeiten viel. Das kann man mal ganz gut machen. Zum Beispiel der Todd Squires, als der im Oktober 1982 zur Firma stößt. Da ist er Erstsemesterstudent an der Northern Illinois University. Die liegt nicht in Chicago, sondern eine Stunde entfernt in der Kleinstadt DeKarbe. Und 1983 schickt der Student Steve Hayes einen Klon von Robotron 2084, den er auf dem Apple II geschrieben hat, an diverse Publisher. Auch an TMQ. Und die haben gerade den Atari-Deal und denken, guck, schon fertig. Das ist ja schön. Kaufen sie direkt dem Hayes seine Version ab, heuern ihn an, darf er weitere Portierungen machen. Der studiert in der Zeit in Stanford, also in Kalifornien. Und der Erstsemesterstudent Darren Adler, der ist in den Semesterferien 1984 in Chicago und schaut da mal vorbei in den Büros von TMQ. Er hat gehört, dass das eine der wenigen örtlichen Firmen ist, die schon Software für den Macintosh herstellen. Und das findet der Adler toll und guckt sich das halt an. Dann läuft der Zipnick da durch sein Büro, sieht den Adler da stehen, Adler wahrscheinlich, Entschuldigung, aber Adler ist so schön deutsch, sieht den Adler da stehen, mit seinem seiner Programmierer reden. Und dann geht er gerade hin und bietet ihm einen Ferienjob als Programmierer an für vier Dollar die Stunde. Klingt heute ein bisschen wenig, war aber nicht so ganz schlechtes Geld in den 80ern. Also für den Studenten schon okay. Und der studierte zu der Zeit in Texas. Ich meine, wir hatten hier DeKalb außerhalb von Chicago, dann Stanford in Kalifornien, jetzt hier Austin, Texas. Das sind Orte, die sind weit weg von Chicago. Und deswegen ist TMQ ungewöhnlich für die 80er eine dezentrale Firma. Die jungen Leute arbeiten in den Semesterferien, kommen so nach Chicago, arbeiten dort im Büro. Und während der Semester, wenn sie studieren, sind sie halt auf ihrem Campus und arbeiten von da aus weiter. Der Todd Squires schreibt dann an seiner Uni auf einer CPM-Maschine für den Panasonic JR200U-Programme. Der Steve Hayes macht von Stanford aus Apple-Zweiportierungen. Und damit Darren Adler nach seinem Ferienjob weiter für TMQ arbeiten kann, gibt ihm Zipnik ein Entwicklersystem mit, einen Apple-Lyser. Das ist ein 10.000 Dollar teures Entwicklersystem zu der Zeit. Und das nimmt er mit in seinen Studentenbude. Zack. Weil warum auch nicht? Kommt er sicher nicht weg und so. Und ich finde, daran sieht man diese Lösungsorientiertheit, diese Lässigkeit auch von dem Zipnik. Da ist der Zugang zu einem bestimmten Computer, ist nicht irgendwie ein Privileg, dass dann irgendwie ein leitender Angestellter kriegt. So, der Junge braucht das. Dann soll er halt das 10.000-Dollar-System mit nach Texas nehmen. Ist ja egal. Hauptsache, er produziert was damit. Und dieser Pragmatismus von Todd Zipnik, der da durchscheint, der wird durch nichts besser klargemacht, als durch die folgende Geschichte. Als nämlich ein Teil des Teams später an der Engine für Déjà-vu arbeitet, da brauchen sie einen Debugger für den Macintosh. Und zu der Zeit hat Zipnik mal wieder spontan jemanden eingestellt, einen jungen Typen, namens Waldemar Howard. Das ist ein 16-jähriger Highschool-Schüler, der in seinen Sommerferien halt für TMQ arbeitet. Und der gilt als so eine Art junges Computergenie. Der schreibt den Debugger mal eben in Maschinensprache für den Macintosh. Und der Zipnik sieht das und macht das dann gleich zu einem Produkt. Und dann kommt im Sommer 1985 T-Mon auf den Markt, kurz für TMQ Monitor. Und das ist halt dieser Debugger, den der Horvath geschrieben hat, mal eben in den Sommerferien. Es ist einfach Wahnsinn. Diese vier Leute, die du gerade genannt hast, Steve Hayes, Todd Squires, Darren Adler, Waldemar Horvath, das sind nur einige der Leute, die für TMQ arbeiten. Wie wir vorhin schon in Squires zitiert haben, da gibt es ein Kommen und Gehen. Es sind viel mehr Leute in der Firma und es sind auch Festangestellte da. Also soweit wir das sagen können, dann sind es nicht nur Studenten und Schüler, die der Zipnik anstellt. Er hat schon auch Festangestellte zum Beispiel seinen eigenen Cousin Jay Zipnik holt er schon früh in die Firma. Und das ist kein Nepotismus, sondern er kann auch was. Der ist auch ein talentierter Programmierer. Und das ist auch einer mit den anderen vier, die du genannt hast, die dann bei Déjà-vu mitwirken werden auf die eine oder andere Weise. Nichtsdestotrotz, es klingt ein bisschen so, wenn man skeptisch drauf blickt, als hätte der Zipnik da junge Leute ausgebeutet. Aber man muss sagen, alle, mit denen wir gesprochen haben oder deren Berichte über diese Zeit wir gelesen haben, lieben das Arbeiten für TMQ damals. Die lieben die vielfältigen Aufgaben, die kreative Freiheit. Aber vor allen Dingen schätzen sie es, dass sie da mit lauter anderen, hochtalentierten Menschen zusammenarbeiten. Denn der Zipnik scheint ein wirklich gutes Händchen gehabt zu haben bei seiner Personalwahl. Und, was noch dazu kommt, die Arbeit bei TMQ ist technologisch spannend, denn der Todd Zipnik schleppt immer neue Systeme an. Und ein solches ist eben auch, kurz nach seinem Release im Jahr 1984, der Apple Macintosh. Denn Todd Zipnik ist begeistert von Macintosh und dessen Möglichkeiten. Bei TMQ hat man eh schon mehrere Apple Lysers im Einsatz. Das ist das Vorgängermodell von 1983. Und das braucht man in der Anfangszeit des Macintoshes auch zwingend, um den überhaupt programmieren zu können. Das geht nämlich nicht auf dem Mac selbst, sondern das geht nur über den Lyser. Also der Zipnik möchte was auf dem Macintosh machen. Und TMQ ist ja wunderbar vorbereitet dafür. Die haben schon mal die Hardware dastehen, die haben die cleveren Leute. Jetzt brauchen sie nur noch eine Idee. Und die Idee, da ein Spiel zu machen, ist auch nicht so weit weg. TMQ ist ja schon eine Spielefirma, macht ja schon die Portierungen, macht schon eigene Spiele. Aber diese spezifische Spielidee, oder besser gesagt sogar eine ganze Engine, nämlich diese MacVenture Engine zu machen für den Macintosh, das geht zurück auf einen Mann namens Craig Ericsson. Den kannte der Todd Zipnik noch aus den NEC-Tagen. Und im April 83 hat er ihn zur TMQ geholt, und zwar als Leiter der Softwareentwicklung. Also das heißt, der Craig Ericsson, der managt diese ganzen jungen Programmierer, die der Zipnik da die ganze Zeit anstellt. So Leute wie den Steve Hayes und den Todd Squires. Und diese beiden, Steve Hayes und Todd Squires, beauftragt er dann im Sommer 1984 damit, eine Adventure Engine für den Macintosh zu entwickeln. Steve Hayes wird der Projektleiter dafür. Und ein paar Grundpfeiler für dieses Macintosh-Projekt von TMQ sind direkt klar. Wir hatten schon gesagt, für Adventure-Spiele soll das taugen. Soll natürlich Grafiken enthalten, klar. Das soll die Stärken des Macintosh-Interfaces nutzen, also vor allen Dingen die Maus-Steuerung. Und es soll auch das ziemlich naheliegend der technischen Logik folgen, die halt damals State-of-the-Art für Adventures ist. Nämlich eine Zweiteilung in eine Adventure-Engine, den sogenannten Interpreter, und austauschbare Spielmodule, die dann die ganzen Inhalte des jeweiligen Spiels enthalten. Das heißt, wenn man Modul A in diese Adventure-Engine reinsteckt, dann kommt da ein Krimi raus. Und wenn man Modul B reinsteckt, dann ist es halt ein Fantasy-Spiel oder sonst irgendwas. Und diese Engine, die sie da bauen, die wird dann später die MacVenture-Engine genannt. Aber während der Entwicklung dann nennt das Team sie einfach die Filter-Engine. Das ist alles einfacher gesagt als getan. Der Macintosh ist noch sehr frisch. Und es gibt noch fast gar keine Programmiertools dafür. Du hast ja schon diese notwendige Verbindung zur Leisar beschrieben. Und während der Hayes und der Squires da am Interpreter rumdenken, bekommen ein paar der jungen Leute, die da in den Sommerferien arbeiten, schon mal so Zulieferaufgaben. Der Horwath, der darf den Debugger schreiben, der für die Engine gebraucht wird. Darren Adler, der wird mit der Entwicklung der Komprimierungsalgorithmen für die Grafik beauftragt, damit man auf die 400 KB-Disketten des Macintoshes möglichst viel davon draufkriegt. Aber die eigentliche Entwicklung geht 1984 erstmal nur schleppend voran. Das liegt halt daran natürlich, dass das Team den Macintosh als Plattform lernen muss und sich dann lauter Tools schreiben muss, um den auch wirklich zu bedienen. Und es liegt natürlich auch an der Systematik dieser Firma, dass am Ende der Sommerferien erstmal alles verschwindet. Die fahren alle erstmal wieder in ihre Städte und studieren weiter. Und dann arbeiten sie da natürlich weiter am Projekt und häufen dabei noch horrende Telefongebühren an, die ihnen TMQ natürlich erstattet. Aber das hält natürlich erstmal auf. TMQ zahlt übrigens, wie der Darren Adler sich erinnert, jedem von ihnen pauschal 50 Dollar die Woche, egal ob sie arbeiten oder nicht. Was laut Adler eine starke Motivation war, das Studium zu vernachlässigen. Ja, das ist clever. Das ist so ein psychologischer Druck, der da aufgebaut wird. Hätte auch andersrum sein können. Ich studiere einfach weiter und nehme die 50 Dollar und liefe halt nichts ab. Aber er hat, glaube ich, auch die richtigen selbstmotivierten Leute gefunden, die mit dieser Freiheit arbeiten konnten. Aber naja, während des Semesters geht es halt langsam voran. Und erst dann, wenn in den nächsten Ferien wieder alle zusammenkommen, nimmt die Geschwindigkeit wieder zu. 1985, also im Folgejahr, da nimmt dieses erste McVenture dann endlich Gestalt an. Denn jetzt werden weitere Designentscheidungen getroffen. Zum Beispiel das Setting. Der Craig Erickson, also der Leiter von dieser ganzen Entwicklung, der trifft die Entscheidung, dass das eine Noir-Detektivgeschichte werden soll. Zum einen, weil er das einfach mag, dieses Genre. Aber zum anderen ganz pragmatisch, weil die Schwarz-Weiß-Grafiken, das Macintosh, was anderes kann der ja nun mal nicht, sich perfekt eignen, um so eine Noir-Geschichte zu erzählen. Und der Erickson ist auch smart genug zu wissen, dass er jetzt zwar eine Menge hochtalentierter Programmierer an der Hand hat, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die sich auch eine gute Krimi-Handlung ausdenken können. Und deswegen holt er einen dedizierten Autorin ins Team, nämlich Kurt Nelson. Der Steve Hayes hat sich, als wir ihn befragt haben, an den Nelson als einen echten Typen erinnert. Der habe wohl auch im echten Leben Trenchcoat getragen und war Kettenraucher und hat deswegen schon so halb das Klischee vom Noir-Detektiven selber erfüllt. Und, was ich ein echt nettes Detail finde, dem Hayes ist bis heute eine Sache an dem Nelson besonders in Erinnerung. Der trug nämlich Parfum, Herrenparfum. Und für die ganzen Nerds im Team war das offensichtlich so eine unerhörte Sache, dass ihm das immer noch in Gedächtnis geblieben ist. Nun ja, also der Kurt Nelson schreibt jedenfalls die Handlung des Spiels und alle Texte, auch die des Handbuchs. Und in seiner Story finden sich auch kleine Anspielungen auf Noir-Klassiker. Also der Name Sternwood, den wir häufig gehört haben vorhin in der Erzählung, der stammt zum Beispiel aus einem Roman-Klassiker, aus The Big Sleep von Raymond Chandler. Das ist der erste Roman mit dem Detektiv Philip Malone. Und da ermittelt der Malone im Auftrag der Familie Sternwood. Also die Story ist eine andere, und auch die Charaktere sind andere als im Spiel, aber der Name kommt daher. Und dieses The Big Sleep wurde 1946 dann verfilmt, mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle. Und da wird der Charakter der Carmen Sternwood gespielt von einer Schauspielerin namens Marsha Vickers. Und den Namen kennen wir auch, das ist ja die Bösewichtin in unserem Spiel. Also da hat sich der Nelson den Namen der Schauspielerin geborgt. Und zu guter Letzt der Joey Siegel, dieser Tote, den man da am Anfang des Spiels findet, der tote Gangster, der verdankt seinen Nachnamen Siegel sicher einem echten Kriminellen, nämlich Bugsy Siegel. Das war einer der berühmt-berüchtigten Westküsten-Mobster der 30er und 40er Jahre. Alles ganz professionell, wie Sie das angehen nach Ihren Fähigkeiten. Für das Interface setzen Sie sich eine einfache Maßgabe. Das soll einfach alles so funktionieren wie der Finder. Das ist die Desktop-Oberfläche des Mac. Das heißt Fenster, Icons, Pulldown-Menüs und Jack & Drop per Maus. Und dadurch ergeben sich logische Ableitungen für das Game Design, nämlich aus den Icons auf dem Mac-Desktop. Daraus werden die Gegenstände im Spiel, aus dem Inventar, ohne dass ein Adventure ja nicht auskommen kann, wird ein Fenster. Und wenn man das eine in das andere bewegen will, dann zieht man das halt mit der Maus. Das klingt jetzt alles so nachvollziehbar und so logisch, aber es ist zu der Zeit auch unüblich, dass Adventures das Inventar die ganze Zeit aufhaben. Ja, auch ein guter Punkt. Und das ist ja hier eine richtige Erleichterung, dass du da ständig reingucken kannst, während du in den Infocom-Adventures, die ja zu dieser Zeit noch State-of-the-Art sind, obwohl sie ja schon abgehängt werden langsam, weil sie ja keine Grafiken haben, da musst du halt immer mit dem Inventory-Befehl das erst aufmachen. Und das heißt, man vergisst auch mal was, was man dabei hat. Und hier sieht man das die ganze Zeit. Das ist schon eine pragmatische Entscheidung aus dem Interface des Mac heraus, aber auch einfach was, was sich dafür sehr gut eignet. Andere Elemente des Spiels entstehen dann aus logischen Überlegungen während der Entwicklung selber. Soll der Spielcharakter in der Welt sichtbar sein und bewegbar sein, wäre ganz schön, aber das passt nicht so richtig zur Jack-and-Drop-Steuerung. Und in dem Grafikfenster in der Mitte sind keine Animationen vorgesehen. Also entschließen sie sich, das Spiel aus der Ego-Perspektive zu machen. Daraus ergibt sich die Frage, hm, okay, wenn ich da nicht sichtbar bin und das alles aus der Ego-Perspektive sehe, wie benutze ich dann Gegenstände auf mich selber? Zum Beispiel, wenn ich mich erschießen will mit dem Revolver. Wenn meine Spielfigur ja gar nicht zu sehen ist. Ich muss ja aber einen Weg haben, wie ich was auf die Spielfigur ziehen kann, sonst geht's ja nicht. Und deswegen haben sie den minimal unbeholfenen, aber doch auch gut funktionierenden Self-Button. Einfach ein extra Fenster oben rechts, den du fast nie brauchst, aber der halt für solche Fälle da ist. Und wie öffne ich in der Ego-Perspektive eine Tür? Die hinter mir liegt, die ich also nicht sehen kann. Und daraus entsteht dann das Extra-Fenster, das die Ausgänge des Raums anzeigt, das ich eingangs so gelobt habe. Das Kernteam für diese Engine besteht weiterhin aus drei Leuten, aus Steve Hayes, Todd Squires und Darren Adler. Und 1985 wechselt die Hauptverantwortung für die Spiellogik von Déjà-vu. Der Hayes übergibt an Darren Adler, der eigentlich ja nur die Komprimierung schreiben sollte. Aber Hayes ist im letzten Studienjahr, jetzt muss er sich doch mal konzentrieren auf seinen Abschluss, damit da nicht nur was schief geht. Und der Adler ist am besten in der Hochsprache Pascal, in der das Spielmodul entwickelt wird. Der Interpreter, also die Engine selbst, die ist in Assembler geschrieben. Und dazu kommt halt Kurt Nelson, der von dir schon beschriebene Autor, mit dem Parfum. Und das Spiel braucht noch einen Grafiker. Der findet sich dann in Mark Waterman. Und mit an der McVenture Engine arbeitet auch Jay Zipnick, Todd Zipnicks Cousin, den Todd Squires als sehr disziplinierten Menschen erinnert. Er springt unter anderem auch als Tester ein. Ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Umgebung von so Studenten und wenig Struktur und wenig Leute da, dass disziplinierte Menschen da so auffallen, dass man sich auch 30 Jahre später noch daran erinnert. Und so ist das wohl auch bei Todd Squires. Der war da offenkundig zumindest ein bisschen beeindruckt. Du hast gerade schon gesagt, der Mark Waterman ist der Grafiker. Der hat jetzt eh schon die nicht ganz leichte Aufgabe, da stimmungsvolle und gut erkennbare Grafiken zu machen, wenn er nur zwei Farben zur Verfügung hat, nämlich weiß und schwarz. Und das eigentliche Bildfenster füllt ja auch nicht den ganzen Bildschirm, sondern ist nur 256 mal 171 Punkte groß. Aber als ob das jetzt nicht schon schwierig genug wäre, bekommt er von den Programmierern noch ein Handicap zusätzlich obendrauf, denn seine Bilder müssen so gut wie möglich komprimierbar sein. Wir sagten es vorhin schon, auf so eine Mac-Discaster passen 400 Kilobyte drauf. Das ist nicht so viel bei hochauflösenden Grafiken, selbst mit zwei Farben. Und das Programmiererteam hat da also gleich eine Lösung für ihn, die dann auch für alle noch kommenden Mac-Venture-Spiele fortbesteht. Er soll nämlich die Muster von MacPaint benutzen. MacPaint ist eins der ersten Programme, das Apple für den Macintosh rausbringt, zusammen mit MacWrite. Und alle Grafiken von Déjà-vu entstehen in diesem MacPaint. MacPaint kennt logischerweise keine Farben, weil der Mac kann ja keine darstellen, aber dafür kennt es Muster. Also verschiedene Punkte-Raster zum Beispiel, schwarze Punkte auf weißem Hintergrund in verschiedener Dichte und sowas, oder Linien, Gerade, Schräge und so weiter. Jeder, der die Office-Programme benutzt zum Beispiel und da schon mal für einen Kasten oder eine Form eine Musterfüllung ausgewählt hat, der kennt diese ganzen Dinger. Und MacPaint kennt 37 Stück davon. Und die sind eben besonders gut komprimierbar, weil die Struktur wiederholt sich ja ständig. Kann man sehr gut zusammenpacken. Und so sind die Grafiken in Déjà-vu dann voll von diesen MacPaint-Mustern. Und wenn man das einmal gesehen hat, Gunnar, dann sieht man die überall auf einmal. Die Mauern von den Gebäuden zum Beispiel sind das Steinmuster in MacPaint. Auf der Kleidung sind häufiger so Dreiecksmuster. Auf der Jacke des Taxifahrers zum Beispiel. Das Armaturenbett des Taxis ist dieses Linienmuster. Also große Teile des Bildes immer da, wo Flächen zu füllen sind, bestehen tatsächlich aus diesen Mustern. Ja, und wir haben schon gesagt, Sound und Musik ist jetzt nicht die große Stärke von Déjà-vu. Das steht schon auch im Raum, da was dazu zu machen. Der Macintosh hat ja immerhin die Fähigkeit, gesampelte Sounds wiederzugeben. Auch das ist damals keine Selbstverständlichkeit. Das ist technisch durchaus beeindruckend. Aber hier haben wir auch wieder das Problem, die Sound-Samples, selbst bei der jetzt noch nicht megagroßen Bitrate der damaligen Zeit, die kosten halt auch einiges an Speicherplatz. Und Speicherplatz hat das Team nicht. Und wenn, dann entscheiden sie sich, dass der für Grafiken benutzt werden soll und nicht für Sound. Und deswegen kommen am Ende nur eine Handvoll Geräusche ins Spiel. Im Frühsommer 1985 ist Déjà-vu dann soweit, dass es das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann. Das passiert auf der Sommer-CES in Las Vegas. Die deutsche Zeitschrift 64er ist eine der wenigen, die Notiz davon nimmt und ist in der Messeberichterstattung in so ein paar Sätzen nebenher erwähnt. Das macht es aber nicht spektakulär vor. Die Firma, die Déjà-vu auf der CES zeigt, ist auch gar nicht TMQ. Todd Zipnicks Firma hatte zwar ihre Finger in zig Projekten, aber eins macht sie nicht, Produkte selbst in die Regale stellen. Dafür hat sie sich stets einen Publisher gesucht. Und so auch hier. Laut Craig Erickson zeigt Zipnick eine Entwicklungsversion von Déjà-vu allen großen Publishern, die dann so begeistert gewesen sein sollen, dass sie sich daraufhin in einem Bieter-Wettstreit gegenseitig ausgestochen haben. Und Mindscape habe am Ende am meisten geboten. Das kann schon sein. Mindscape war 1983 gegründet und war eine Software-Publishing-Tochter eines börsennotierten Konzerns mit genügend Kapital und suchte dringend Portfolio-Objekte. Das kann also schon sein, dass sie da groß in die Tasche gegriffen haben. Für die Firma mag aber auch gesprochen haben, dass Mindscape in Chicago saß. Und zwar, wie der spätere Icon-Mitarbeiter Dave Marshes ausdrückte, einfach die Straße runter. Das ist ja dann oft auch bei aller Virtualität der Spielebranche. Oft entstehen Geschäftsbeziehungen dann doch, weil man einfach mal vorbeifahren kann oder vorbeigehen kann und nicht mit den großen Firmen, die weit entfernt sind. Egal, am Ende landet Déjà-vu bei Mindscape und Mindscape zeigt es dann auf seinem Stand an der Sommersee erst 1985. Und noch was ändert sich in diesem Sommer, denn wir haben ja bis jetzt ständig von TMQ geredet. Und dieser erwähnte Timon, der Debugger von Waldemar Howard, der für Déjà-vu entsteht und der dann ausgekoppelt wird als eigenes Projekt, das ist das letzte Produkt, das in Anzeigen aus dem August 1985 noch unter dem Firmennamen TMQ vermarktet wird. Zwei Monate später kommt Déjà-vu auf den Markt und da trägt die Firma einen anderen Namen. Icon Simulations. Selbst den Mitarbeitern ist nicht ganz klar, wie und wieso diese Änderung überhaupt zustande kommt. Es gibt einen Hinweis darauf, dass Todd Zipnick schon 1983 eine Firma namens ICOM gegründet hat, ICOM Systems damals, für dieses Marktforschungs-Hardware-Projekt, für Nielsen, wir erinnern uns. Und daraus leitet sich dann wahrscheinlich 1985 ICOM Simulations ab. Aber wir konnten es nicht rausfinden, weder in eigenen Recherchen noch durch Nachfragen bei den ehemaligen McVenture-Leuten, ob TMQ und ICOM die gleiche Firma war unter dann halt jemals anderem Namen. Also ist das eine Umbenennung von TMQ zu ICOM oder ist das einfach zwei getrennte Firmen und die eine übernimmt dann das Projekt von der anderen? Wahrscheinlicher als Ersteres. Wahrscheinlich haben sie einfach bloß den Namen geändert, weil TMQ tritt ja danach auch nicht mehr groß in Erscheinung. Warum Zipnick das gemacht hat, ist unklar. Aber der wesentliche Unterschied ist, TMQ war eine Softwarefirma mit, ich sag mal, eklektischem Portfolio und ICOM ist eine Spielefirma, wie auch der Namenszusatz Simulations dann wahrscheinlich nahelegen will. Und so erscheint 1985 im Oktober schließlich Déjà-vu. für den Macintosh als erstes Spiel von ICOM Simulations, veröffentlicht durch Mindscape. Sehr gut, jetzt ist das Ding auf dem Markt. Und Gunnar, ein Vögelchen hat mir zugezwitschert, dass du eine Originalversion von Déjà-vu für den Macintosh bei dir auf dem Schreibtisch liegen hast. Wie sieht denn das Ding eigentlich aus? Das Vögelchen ist natürlich nur eine Metapher, die hast du mir mal geschickt. Mit der Notiz, wirst du noch brauchen. Stimmt. Schon vor Monaten, lange bevor wir entschieden hatten, dass wir diese Folge machen. Und das ist eine eklatant schöne Packung. Die sieht so ein bisschen aus wie die alten EA-Packungen, so eher wie ein Buch. Aber man kann das so aufklappen, eher wie so eine kleine Mappe sieht das vielleicht aus. Und in dieser kleinen Mappe, da ist so ein Plastikeinsatz, da sind die Disketten drin. Und hinter so eine Klemme geklemmt, ist das Handbuch. Der Umschlag ist beherrscht von einem Foto. Das stellt so einen Schreibtisch eines Detektiven dar. Da liegen so Detektivsachen drauf. Eine Lucky-Strike-Packung, ein Feuerzeug, eine Waffe, Würfel, Kleingeld, eine Spritze, ein Medikament und natürlich ein Schlapphut. Ohne geht's nicht. Es enthält nur einen einzigen Screenshot und ausgerechnet keinen, der das Spiel zeigt, sondern nur das Bild, das man sieht, wenn man in den Spiegel guckt, wo der mit so einem Effekt belegte Kopf des eigenen Helden zu sehen ist. Also man erfährt hier nicht so viel über das Spiel. Was mich ein bisschen überrascht hat, was ich überhaupt nicht mehr wusste, ist, also neben dem Mindscape-Logo ist hier ein Logo von Alert. Das steht da völlig zusammenhanglos und ohne Erklärung drauf. Auf dem Handbuch steht Alert, Software that challenges the mind. Und ich hatte das alles völlig vergessen. Ich musste richtig nachgucken. Das Alert ist offenkundig das Spiele-Label von Mindscape gewesen damals. Ah, okay. Die hatten ja eine ganze Reihe von Labels für unterschiedliche Sachen. Die haben ja nicht nur Spiele gemacht, auch Kinder-Software und Anwendungssoftware und so. Und dafür hatten sie alle irgendwelche lustigen Namen. Das Spektakuläre an diesem Spiel, das du mir geschickt hast, ist, und ich weiß gar nicht, ob du das weißt und ob das irgendwie so ein Test ist oder ob du das einfach nicht bemerkt hast, da sind drei Disketten drin. Drei? Ach nee, das ist mir nicht aufgefallen. Das sollten doch zwei sein, oder? Ja, genau. Das Spiel kommt auf zwei Disketten für den Mac. Eine Diskette, wo halt nichts weiter draufsteht, im Wesentlichen nur der Name des Spiels und eine andere Diskette, wo der Name des Spiels draufsteht und Boot-Other-Disc. So inverse Logik sozusagen. Auf der Boot-Disc steht nicht Boot-Disc drauf, sondern auf der Nicht-Boot-Disc steht drauf, dass man eine andere Disc booten soll, was ich so super finde. Ich kann es gar nicht sagen. Aber es liegt auch eine dritte Diskette drin und da steht auch Déjà-vu drauf. Und da steht drunter als Slogan-Zeile A Game of Intellect and Recall for use on your Macintosh. Mhm. Und da drüber steht Rubicon Publishing. Und das Déjà-vu-Logo sieht ganz anders aus. Okay. Und ich dachte so, was denn das? Ist das eine frühe Version? Und A Game of Intellect, das klingt ja schon so ein bisschen wie dieses Spiel, aber A Game of Intellect and Recall. Also Recall heißt ja Erinnerung. Ein intellektuelles Game zum Erinnern. Was ist das? Und das ist ein anderes Spiel, das da zufällig mit drin liegt, das auch so heißt, dass Déjà-vu von Rubicon kam zum gleichen Jahr raus, 1985, und ist ein Memory. Und heißt auch Déjà-vu zufälligerweise? Ja. Ach nein. Heißt auch zufällig Déjà-vu. Das ist ja cool. Ist so lustig. Und das ist so ein richtiges Memory für den Mac. Also genau wie man sich vorstellt, mit verdeckten Feldern und dann deckst du eins auf, dann kommt eine Kröte und dann deckst du ein anderes auf, kommt ein Baum. So was ist das. Und das liegt hier einfach mit drin, weil es halt wahrscheinlich aussah, ah Déjà-vu, es kommt in die Déjà-vu-Packung. Ja genau, da hat jemand hasst dich aufgeräumt und hat es damit reingepackt. Ach schön, nee, das ist mir nicht aufgefallen, aber das freut mich ja doppelt. Dann hast du nochmal extra einen Bonus mit dazu bekommen. Schön. Ja, ist das toll. Ich bin noch gar nicht sicher, ob das Déjà-vu, ich habe das jetzt nur eine Minute gegoogelt, kurz vor unserem Gespräch hier. Ich bin gar nicht sicher, ob das eine eigene Packung hatte oder ob das so ein Spiel war, das irgendwie so im Grabbeltisch vertrieben worden ist. Das ist auch wirklich ein kleines Spiel. Naja, und worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist das sensationelle Handbuch, weil das spricht dich direkt an. Und da spricht irgendjemand mit dir und zwar in so einer Detektivstimme, auch so als Slang geschrieben. You know, when it's good and ready, the Mac will spit out the first disc thingy and tell you to stick the other thingy in the hole. So beschreibt er, dass du die Diskette wechseln sollst. Dieser Stil und diese Art von Beschreibung in so einem amerikanischen Slang zieht sich durch das ganze Buch und in dieser Weise werden jetzt sehr genau alle Interface-Elemente beschrieben. Immer wie in so einem Zwiegespräch und das ist es. Es wird nicht die Handlung erklärt oder irgendwas, es wird auch sonst nicht viel erklärt und dann geht's los und es entlässt dich ins Spiel. Das Schöne an diesem Handbuch finde ich, dass das so wie der Mac selbst sehr visuell ist. Das enthält massenhaft Bilder, jedes Detail, das beschrieben wird, wird auch gezeigt. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Ach übrigens, wenn du die Box zum ersten Déjà-vu schon sensationell findest, dann wird dich die zweite aus den Socken hauen, wird dich zum Weinen bringen. Das ist nämlich eine von den ganz, ganz wenigen Packungen dieser Ära, die ein Plastik-Inlay hat, das ein Relief zeigt und zwar das Gesicht samt Hut von unserem Protagonisten. Das ist also eine Relief-Packung, die aber durch ein Plastik-Inlay zustande kommt, sodass sich das ein bisschen rauswölbt aus der Vorderseite. Wirklich ganz tolle Packung. Ist bestimmt nicht zu bezahlen. Die war bis vor der Kürze noch nicht so wahnsinnig teuer. Im Gegensatz zu der ganz ähnlichen Feelis-Packung zu Suspended, zu dem Infocom-Adventure. Das hat auch so eine Art Plastik-Maske vorne drauf. Und das ist unbezahlbar. Naja, okay, Klammer zu. Dann kommen wir jetzt zu der Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, nämlich wie erfolgreich war das Spiel eigentlich und was für eine Wirkung hatte es? Wir teilen das mal in drei Bereiche auf, die so Wirkung oder Erfolg angehen, nämlich zum einen den ökonomischen Erfolg und das können wir ganz kurz machen, nämlich wir wissen es nicht. Keine Ahnung, wie erfolgreich das Spiel war, was es verkauft hat, ob das jetzt ein Hit war oder nicht, aber die Indizien weisen darauf hin, dass sich das durchaus gelohnt haben muss für ICOM, weil sie nämlich das Programm portiert haben auf alle möglichen anderen Plattformen und ja weitere Adventures inklusive eines Nachfolgers gemacht haben. Also ein Flop kann das schon mal nicht gewesen sein. Dann ist der zweite Punkt, wie sieht denn eigentlich der kritische Erfolg aus? Wie kam denn das bei den Kritikern bei der Presse an? Jetzt muss man auch dazu sagen, eine Spielepresse in einem größeren Maßstab gab es Mitte der 80er im Spielesegment noch nicht. Es gab hauptsächlich Computermagazine, Anwendermagazine, somit das wichtigste Gaming-Magazin in den USA war die Computer Gaming World zu diesem Zeitpunkt und da zum Beispiel taucht Deja Vu überhaupt nicht auf. Da kommen diese Mac Ventures erst Mitte 1987 das erste Mal vor mit dem Amiga Release des Nachfolgers Uninvited. Da taucht es auf dem Radar der Computer Gaming World auf, aber diese ganzen Mac-Geschichten haben da noch nicht stattgefunden vorher. Und das ist ziemlich symptomatisch, weil wenn das Spiel irgendwo besprochen wird in der Presse, dann sind es eher die spezialisierten Mac-Magazine. Also die Mac World zum Beispiel, die bespricht das super wohlwollend im Januar 1986 und die nennen es Simply Delightful, einfach entzückend. Das Review übrigens, dieser Test, geht über elf Seiten und das nur deswegen, weil neuneinhalb davon Werbung sind. Also die sind unlesbar, die Magazine aus dieser Zeit. Das ist unglaublich. Da musst du zwischen der Werbung musst du die Textspalten raussuchen. Naja, also in der Mac World wird es dann auch Best Adventure Game of 1986. Aber das war schon so ziemlich. Also es ist nicht so, als ob das irgendwie breite Wellen der Presse schlagen würde. Aber einen Erfolg nimmt das Spiel zumindest noch mit und zwar werden im April 1986 die Achievement in Software Awards der Software Publishers Association ausgegeben. also des amerikanischen Branchenverbands der Softwarehersteller. Nicht der Spielehersteller, das gründet sich erst viel später, die ESA, sondern der Softwarehersteller. Da werden dann so Preise vergeben wie bestes Business-Produkt. Das wird zum Beispiel Microsofts Excel. Das ist 1985 auf den Markt gekommen für den Macintosh übrigens, nicht für Windows. Oder die beste Grafik, die Kategorie beste Grafik geht an Deluxe Paint. Ganz logischerweise, weil damit kann man ja die beste Grafik machen. Und dann gibt es die Kategorie bestes Unterhaltungsprodukt und da gewinnt Déjà-vu. Und nicht nur da, es gibt auch noch die Kategorie beste neue Welt. Warum auch immer. Und da gewinnt es gleich nochmal. Also beste neue Welt, Déjà-vu und bestes Unterhaltungsprodukt. Das ist aber auch schon der Höhepunkt des kritischen Erfolgs. Ja und dann kommen wir aber vielleicht zu der wichtigsten Frage, nämlich hat das Spiel dann irgendeine erkennbare Auswirkung auf den Rest der Spielebranche. Wird das kopiert? Wird es eine Blaupause? Endet das Ding? Das ist schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Aber ich würde mal pauschal vorsichtiges Nein sagen. Ja. Wir haben dazu drei Leute gefragt, ob sie eine professionelle Meinung aus ihrer Sicht in den 80ern zu Déjà-vu haben. Nämlich einen von Lucasfilm Games, einen von Infocom und einen von Sierra Online. Alles gute Bekannte von uns, von denen ihr auch schon die Stimmen gehört habt hier im Podcast. Wir haben David Fox angeschrieben, den Macher von Zach McGregor. Wir haben natürlich Bob Bates angeschrieben, den Macher von Sherlock und Eric the Unready. Und wir haben Al Lowe angeschrieben, bekanntermaßen der Macher der Larry-Spiele, der zu der Zeit bei Sierra war. Und Al Lowe und David Fox haben ziemlich gleich geantwortet und gesagt, sie hätten zu der Zeit keinen Mac gehabt und könnten sich nicht daran erinnern, das Spiel gespielt zu haben. Also sehr glaubhaft. Und Bob Bates hat das eigentlich auch gesagt, aber Bob Bates hat nochmal seine Unterlagen durchfühlt, sechs Stunden auf der Wikipedia rumgelesen, den gesamten 1985er und 86er Jahrgang der Computer Gaming World durchgelesen, um seine Meinung zu bestätigen und meinte, nee, er hätte es auch nicht gespielt und er würde in dem Zusammenhang nochmal sagen wollen, die Computer Gaming World hätte es ja auch gar nicht als Thema gehabt. Das sei halt seiner Meinung nach ein relativ unbekanntes Spiel gewesen für die PC-Szene. Da haben wir es. Und es ist ja auch so, 1986 kommt dann Labyrinth von David Fox bei Lucasfilm Games und das findet einen eigenen Take auf das Thema Point-and-Click-Adventure, in dem es schon auch Verben hat, die man so durchscrollen kann, die man nicht alle auf dem Bildschirm sieht, in dem es aber auch das Sierra-Konzept übernimmt, das relativ naheliegende in dieser Welt herumzulaufen und das ist ja schon ein ganzes Stück ab von dem, wie Déjà-vu das dargestellt hat. Ja, also ich würde mich deiner Meinung anschließen, deinem Urteil und den von unseren drei befragten Experten, dass Déjà-vu keine unmittelbare oder vielleicht auch längerfristige Auswirkung auf Adventure-Spiele hatte und das ist ja auch einigermaßen naheliegend, weil diese Point-and-Click-Steuerung, die Déjà-vu einführt, die braucht ein Ding zwangsläufig, nämlich eine Maus und eine Maus haben damals halt die meisten Heimcomputer nicht standardgemäß. Selbst der IBM-PC hat standardgemäß keine Maus. Das kommt mit dem Mac und das setzt sich dann fort über den Amiga und den Atari ST und zum Ende der 80er hin, da wird die Maus dann auf einmal ein Standard-Tool. Aber 85, 86 sind wir da noch nicht. Und wir sehen bei anderen Firmen, die dann die Adventures dominieren, also Sierra vor allen Dingen oder eben auch Lucasfilm, die machen in der Zeit schon auch Interface-Experimente. Bei Sierra zum Beispiel kommt 1986 The Black Cauldron raus. Das ist auch ein Spiel, das kein Parser mehr hat in einer Zeit, wo alle Sierra Adventures noch Parser haben. Also zum Eintippen noch bis 1990. Und das probiert's mal mit vier Verben, die man über die F-Tasten oder über ein Dropdown-Menü auswählt. Und bizarrerweise ist eines dieser vier Verben übrigens Do, also Tour-Macher. Das ist ein Universalverb. Aber das bleibt ein obskures Ding, das bleibt ein Experiment. Oder bei Lucasfilm, das hast du ja auch gerade schon beschrieben, das Labyrinth, das hat ja noch diese durchscrollbaren Verb-Subjektlisten. Das ist ja noch nicht die Werbsteuerung, die wir dann haben mit Maniac Mansion. Das muss auch so sein, weil das ist ein C64-Spiel, das muss noch mit dem Joystick spielbar sein. Und eine Maus gibt es für ein C64, aber ist halt ein optionales Ding, das hat keiner. Und was noch dazu kommt, das Déjà-vu ist zwar super modern in seiner Interface, in seiner Steuerung, aber das ist Oldschool in der Spielperspektive, weil das hat ja diesen Ego-Blick in die Spielwelt. Wie bei den Text-Adventures mit Grafik, bei denen, die du ganz am Anfang beschrieben hast, dir zur Illustration dienen. Neu ist hier jetzt der direkte Griff in die Spielwelt mit der Maus. Das ist sensationell, aber die Perspektive an sich, der Blick ist eigentlich ein vertrautes Design-Paradigma. Das viel aufregende Neue in dieser Zeit ist aber das, was King's Quest macht, nämlich ein Spielcharakter direkt in der Spielwelt, den ich unmittelbar steuere. Das ist interaktiv, das ist das neue Ding. Und so wird es ja dann auch übernommen von den ganzen Adventures. Das schon jetzt mehrmals genannte Labyrinth funktioniert schon genauso. Da ist ein Spielcharakter in der Welt. Und bei Manic Mansion ist es genauso. Und erst Manic Mansion verbindet dann diese beiden Elemente. Da hast du die direkte Steuerung eines Spielcharakters und du hast aber auch eine Point-and-Click-Steuerung mit Verbeninterface. Und das ist dann die neue Blaupause im Jahr 1987 und noch nicht Déjà-vu. Ja, so ist das wohl. Ich finde Adventures in der Ego-Perspektive immer sehr schön. Ich auch. Aber das ist dann das, was sich historisch nicht durchsetzt und das ist ja auch logisch. Es ist halt auch spielhafter, wenn du die Umgebung erlaufen kannst und dich da nicht in so großen, groben Schritten durchbewegen musst wie in einem Ego-Perspektiven-Spiel. Das ja logischerweise dann immer von Raum zu Raum springt. Also mit immer so einem kleinen Bruch, wohingegen du natürlich in einem LucasArts-Spiel oder in einem Spiel von Sierra dann einfach von Raum zu Raum läufst, was sich klar in dieser Metapher des Spielens hält. Ja, die Ego-Perspektive kommt ja dann nochmal in großem Stil zurück und knappes Jahrzehnt später mit den mystartigen Spielen und die späteren Varianten davon, die visualisieren ja sogar den Weg von Ort zu Ort mit so kleinen Videosequenzen, damit die Erfahrung bruchlos wird. Aber das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das verlangsamt die Spielerfahrung dann wieder zu sehr. Und deswegen haben wir heute den Walking Simulator in 3D als den legitimen Nachfolger von diesem Strang der Ego-Perspektive-Adventures. Also die Werben trotzdem, die kommen halt daher. Die hat vorher niemand anders in dieser Form auf den Bildschirm gebracht. Aber ich glaube den drei Leuten, die uns das so gesagt haben, ich glaube, dass das einfach eine Parallelentwicklung von Sachen, die in der Luft gelegen sind. Ja, ich würde sagen, das ist ein typisches Beispiel von zu früh. Richtige Gedanken, was die Steuerung angeht, aber noch ein bisschen zu früh dran, um wirklich Einfluss haben zu können. Und vielleicht auch letztendlich die falsche Plattform. So leid mir das tut, das zu sagen. Wobei Déjà-vu kam ja dann in der Folge auf die ganzen anderen Systeme, da kommen wir gleich noch drauf und er hat dort auch keine Spuren hinterlassen. Das ist erst diese rückblickende Würdigung und da möchte ich noch eine Sache hinzufügen, weil heutzutage steht Déjà-vu ja in viel höherer Gunst als damals und wird heutzutage vor allen Dingen gewürdigt für diese Innovation in seiner Bedienung als Vorwegnahme des Point und Klicks. Das ist auch alles richtig so. Ich finde aber, das Spiel verdient für eine andere letztendlich genauso einflusslose Sache trotzdem genauso eine Würdigung und zwar für seine Stilistik, weil das ist, wenn ich das richtig sehe, ja die Einführung des Noir-Krimis in die Games-Geschichte. Mit dem passenden Ton, mit den passenden Grafiken, mit dem adäquaten Gameplay, weil Noir gab es damals nicht in Spielen. Wenn es Krimis gibt, von denen schon zahlreich existieren, dann sind das so klassische Whodunits im Agatha Christie-Stil oder so Geisterhaus-Geschichten oder James-Bond-artige Thriller. Infocom zum Beispiel hat im gesamten Werk mehrere Krimis, Deadline, Suspect Witness, Moon Mist und so, aber kein Noir. Am ehesten vielleicht noch Circus Edge. Das ist zwar Sci-Fi, aber das hat so ein Noir-Touch. Das ist ein spätes Spiel aus den 90ern. Sierra hat nichts dergleichen. Die anderen Adventure-Firmen dieser Zeit haben keine Noir-Krimis. Die einzige Ausnahme ist Interplay mit Borrow Time. Das ist noch ein Text-Adventure, eins der frühen von Interplay und das kommt auch 1985, aber einen Monat nach Déjà-vu. Lass mich mal ganz kurz einhaken bei Borrow Time. Das finde ich so absurd, dass diese beiden Spiele quasi gleichzeitig erscheinen und ich habe die in meiner Erinnerung zu einem Spiel vergesellschaftet. Echt? Ja, das ist auch gar nicht unähnlich, das Borrow Time. Also das ist ein bisschen Comic-artiger, das hat aber auch so ein bisschen so eine Fenster-artige Aufteilung. Nicht so Fenster, weil es ist ja, ich habe das auf dem C64 gespielt, da gibt es ja natürlich keine Fenster, aber den Bildschirm auch in so Bereiche aufgeteilt und einen sehr starken Fokus auch auf die Grafik. Macht auch ganz andere Sachen mit der Grafik als Déjà-vu. Es stellt so dramatische Szenen da. In einer Szene ganz am Anfang sieht man aus den Augen des Protagonisten um eine Ecke rum, während man sich versteckt, während Kugeln durch die Luft fliegen und die Kugeln sind auch so gezeichnet, nicht animiert, aber gezeichnet. Und ich habe dann Déjà-vu wieder gespielt hier für den Podcast und hatte das noch ganz gut in Erinnerung von damals. Ich weiß nicht mehr, wann ich das gespielt habe, aber wahrscheinlich auf dem C64, dann zu 87, 88 und mehr hatte ich ja damals nicht und hatte das ganz gut in Erinnerung, wusste noch genau, wo ich langgehen muss und was ich jetzt machen muss und so und habe mich die ganze Zeit gefragt, was mit der Grafik kaputt ist. Die Grafik müsste doch so aussehen wie Borrowed Time und habe dann die ganze Zeit gedacht, die Handlung von Déjà-vu würde zur Grafik von Borrowed Time gehören, die auch echt ein ganz bisschen ähnlich sind die beiden. Also in beiden Spielen bewegt sich am Anfang durch den Raum und muss aus dem Fenster, aus dem Gebäude entfliehen. Ja, es ist wirklich interessant, diese Zeitgleichheit. Zwei Noir-Detektivspiele von unterschiedlichen Firmen innerhalb von einem Monat aufeinander, unabhängig voneinander. Aber das sind halt auch die beiden einzigen. Das bleibt, wie gesagt, auch ohne Nachahmer. Das macht ja dann danach auch keine Noir-Spiele mehr. Das kommt überhaupt erst wieder so kurz nochmal in so einem kurzen Auflackern dann Mitte der 90er mit den Full-Motion-Videospielen zurück. Dann vor allem halt mit Tex Murphy ab Teil 3, aber auch erst so richtig. Oder mit dem Puppen, Perlen und Pistolen, das wir schon mal besprochen haben. Oder Blade Runner kannst du vielleicht auch noch mit reinnehmen und so. Also da gibt es dann halt ein paar. Aber das war es dann auch schon wieder. Also auch hier eine Premiere sozusagen durch Déjà-vu, die aber auswirkungslos bleibt. Eine letzte Sache, die ich noch hinzufügen wollen würde und vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das das erste Mal in Déjà-vu war, aber zumindest ist das, was von dem man nicht sagen kann, dass das nicht nachgeahmt wurde. Das ist ja, wie wir schon gesagt haben, eine Amnesie-Geschichte. Und Heinrich nennt das in seinem Buch einen überstrapazierten Amnesie-Plot. Aber das war damals definitiv noch nicht überstrapaziert. Das ist eine heutige Beurteilung. Das war alles andere als abgedroschen. Ich fand das super, diese Amnesie-Geschichte. Und da können wir uns jetzt ja aber nicht beschweren heutzutage, dass es einen Mangel an Amnesie-Geschichten geben würde. Nee, heute nicht. Und die gab es in der Literatur natürlich auch zu der Zeit schon häufiger, aber in Games gab es sie nicht. Und sogar das Spiel Amnesia, das wir ja schon besprochen haben von EA, das mit dem Skript von dem Science-Fiction-Autor Thomas Michael Dish, das kam ja erst ein Jahr später, das kam ja erst 86. Richtig, ja. Was ich ganz interessant fand, ist die Text-Adventure, die halt zu der Zeit ja noch vorgeherrscht haben, die waren halt thematisch so breit. Da gab es Horror und Science-Fiction und Detektiv-Geschichten und vieles war ernst. Also es gab natürlich auch Humor, aber vieles war ernst. Und ich finde, durch die einsetzende Grafik infantilisiert sich das ein bisschen. Das ist, glaube ich, einfach nur, ist nur ein kurzer Effekt und auch nur Zufall. Aber LucasArts mit diesem familienfreundlichen, diese großköpfigen Figuren, das ist alles so kittyfreundlich und auch von der Thematik her, plötzlich sind Kinder die Helden in Manic Mansion und gleichzeitig die die Kings-Quest-Spiele sehen halt aus wie Babyspiele im Vergleich zu Déjà-vu. Ja, da läuft diese kleine, lustige Figur rum, auch siebeneinhalb Pixeln, die durch diese klatschbunten Welten läuft, diese Märchenwelten halt. Und klar wird Sierra da noch, kommt da noch Police-Quest und all diese Sachen, ja, es wird noch wieder viel ernster. Aber hier finde ich sehr angenehm, in diesem Jahr hält es so die Fahne hoch. Auch das Borrowed Time ist ja weniger ernsthaft und mehr eine Parodie als Déjà-vu. Déjà-vu nimmt sein Setting schon ernst. Das ist eigentlich ganz erfrischend so, auch in der Rückschau. Stimmt. Das ist eine gute Beobachtung. Deswegen ist es auch gut gealtert. Also auch inhaltlich gut gealtert. Und also ein Spiel, das man auch heute durchaus noch gut spielen kann, weil es sich, wie gesagt, gut bedienen lässt und einigermaßen modern anfühlt und weil es auch inhaltlich ein gelungenes Spiel ist. Wie du am Anfang den Heinrich zitiert hast, ein kompetentes und unterhaltsames Adventure. Das ist genau richtig zusammengefasst. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu erzählen, was denn danach so passiert ist. So schlaglichtartig. Wie ging es denn dann weiter mit den Mac Ventures? Also die Mac Ventures ist eine Gruppe von insgesamt vier Spielen, die alle mit derselben Engine arbeiten und sich auch alle ganz schön ähnlich sehen. Das erste ist Déjà-vu 1985. Dann kommt 1986 An Invited, ein Horrorspiel. 1987 kommt Shadowgate, ein Fantasy-Spiel. Und 1988 kommt Déjà-vu 2, Lost in Las Vegas, der offizielle Nachfolger von Déjà-vu. Und dann ist es schon wieder vorbei. Das ist die ganze Pracht der vier Mac Ventures. Die werden in der Zwischenzeit natürlich noch alle rauf und runter portiert, auch noch länger. Der Port, der am meisten verkauft, an Stückzahlen, ist sicherlich der Nintendo Entertainment System Port, also der NES Port. Und der kommt erst 1990 raus. Aber die finden schon eine weite Verbreitung quer durch alle Plattformen. Das mit dem dritten von diesen Mac Ventures, das Shadowgate, das ist übrigens auch wieder so eine pragmatische Geschichte. Das sind jetzt nämlich andere Leute, die das Spiel schreiben, die inzwischen neu dazugekommen sind. Zu ICOM mal wieder, nämlich Dave Marsh und Karl Roloffs. Der Marsh als Grafiker und der Roloffs als Autor. Und Dave Marsh hat in seiner Kirchengemeinde einen Mitarbeiter von ICOM kennengelernt, Terry Schulenburg, der ist der Programmierer, und hat darüber von dieser Mac Ventures Engine erfahren. Der erzählt wiederum seinem Freund, dem Karl Roloffs, davon. Die wollen eh schon lange mal ein Spiel machen. Den schwebt so ein Fantasy-Spiel vor. Und dann bequatschen sie via den Terry Schulenburg, den Zipnik, und der wiederum stellt ihnen einen Mac zur Verfügung und sagt, hier ist ein Mac, hier ist unsere Engine. Ja, dann macht halt mal euer Spiel. Und dann fangen die im Kinderzimmer von dem David Marsh an, an Shadowgate zu arbeiten. Werden dann aber in der Folge von ICOM festangestellt und arbeiten dann erst mal an den anderen Mac Ventures mit. David Marsh macht zum Beispiel Grafiken für Uninvited und dann für die ganzen Portierungen von Déjà-vu. Und deswegen dauert das auch bis 87, bis Shadowgate fertig ist. Aber das ist wieder so eine Geschichte von, ach, du kannst was, hier ist ein Computer, mach mal. Ich finde das toll. Was die übrigens alle gemeinsam haben, mal abgesehen davon, dass das immer dieselbe Engine ist und die auch immer demselben Interface folgen, also einfach sehr ähnliche Spiele sind insgesamt, ist, dass die alle eine super pragmatische Ausgangssituation haben. Das finde ich total nett. Bei Déjà-vu, ne, Amnésie, bist du da in dem Klo, musst du dann rausfinden. Bei Uninvited fährst du mit dem Auto in den Graben und dann ist da so ein Herrenhaus, so ein bisschen wie in Rocky Horror Picture Show und dann mal gucken, was da so ist. Shadowgate ist noch viel schlimmer. Da setzt dich sozusagen der Wille des Königs vor dem Dungeon ab, du geh da jetzt rein, erledige bitte die Aufgabe, ja, fang den Bösen. Ja, wie bei Dungeon Master. Genau, du stehst vor dem Tor, genau wie bei Dungeon Master. Und Déjà-vu 2 ist nicht ganz so eine Amnesie-Szene, weil den Amnesie-Trick können sie ja nicht nochmal machen, aber da bist du halt in Las Vegas gestrandet mit einer Schuld aus Teil 1, weil ein Mafia-Boss namens Malone beschuldigt dich, dass du 112.000 Dollar entweder ihm nicht gebracht hast oder unterschlagen hast. Ist ja auch eigentlich wurscht, jedenfalls musst du sie jetzt besorgen, sonst kriegst du Ärger und es gibt auch wieder das Zeitlimit wie beim letzten Mal. Anstatt, dass es dir schlechter geht durch ein Medikament, hast du hier so einen Typen, der immer wieder auftaucht an verschiedenen Stellen, dann auch mal deine Wohnung verwüstet und dir immer wieder sagt, also viel Zeit ist nicht mehr, viel Zeit ist nicht mehr, bis er dir einen aufs Maul gibt. Und das ist alles, das ist irgendwie ähnlich, finde ich. Also es entspringt zu demselben Geschmack und derselben Art, Geschichten zu erzählen auf den ersten Blick. Ja, halt keine große Exposition, mittendrin und los geht's. Das würde ich sagen, ist das verbindende Element. Ja, praktisch ist es so, dass das schnell endet, finde ich, dieses verbindende Element, weil zum Beispiel Shadowgate, da kommst du genau zwei Bildschirme weit und dann wirst du nicht mehr weiter. Das ist ein schwieriges Spiel. Ey, das ist ein ganz kleinteiliges, schwieriges Spiel, wo du aufpassen musst wie ein Schießhund und meines Erachtens, wo du dem ersten Bildschirm schon das Spiel zerstören kannst. Da ist so ein Schädel und den musst du dann drücken über der Tür und dann fährt er so hoch, magisch oder mechanisch und dann ist da ein Schlüssel drin. Und du kannst den Schädel aber auch schlagen und dann wird er so in das Mauerwerk gedrückt und dann habe ich ihn nicht mehr aufgekriegt danach. Keine Ahnung, ob das lösbar gewesen wäre oder nicht, aber das war irgendwie, das war sehr frustrierend. Wo das Déjà-vu, das Wichtigste von diesen McVentures ist, ist das Shadowgate, glaube ich, das Beliebteste. Also wer weiß, vielleicht in einer fernen Zukunft schauen wir uns das nochmal genauer an. Du sagtest schon, nach den vier Stück war es wieder vorbei. Was aber halt noch parallel passiert ist, ist die ganzen Portierungen und das geht ja mit dem Déjà-vu schon los. Was es nochmal seltsamer macht, dass das nicht einen größeren Einfluss hatte, denn das konnte man eigentlich auf fast jedem System dieser Zeit spielen. Übrigens auch, schönes Detail am Rande, das heißt ja McVenture, diese Engine und diese Serie, aber eben nur auf dem Mac. Im Titelbildschirm bei McVenture steht auch groß Icon presents another MacVenture. Another ist auch interessant in dem Zusammenhang, weil das war ja das Erste, aber wurscht. Und bei den Ports ist dieser Titelbildschirm auch drin, da heißt es aber anders. Da steht auf dem Amiga zum Beispiel Icon presents another Amiga Venture und auf dem PC ist es das PC Venture und auf dem C64 ist es das Z Venture. Fand ich nett, dass sie es angepasst haben, aber auf jeden Fall die erste Portierung 1986 kommt auf den Amiga, ist ja auch naheliegend, auch eine moderne Plattform Maus gesteuert, mächtig genug, dass sie da das Interface eins zu eins übernehmen können, funktioniert also ganz genauso, hat jetzt farbige Grafik, die aber nicht unbedingt detaillierter ist, ist schon nett, aber ist jetzt kein Grafikknaller, aber rundum eine schöne Version. 1987 kommt dann der ganze Rest für die Heimcomputer, das heißt der ST, der C64 und auch der PC und da wird es jetzt mit dem Interface schwieriger. Da ist die spannende Frage, wie haben sie das denn eigentlich umgesetzt? und man muss sagen, sie haben es zumindest probiert. Also auf dem PC, das emuliert die in CGA Grafik, die Fenster, das Max. Die sind da zwar nicht verschiebbar, sondern immer an der festen Stelle, aber man kann sie öffnen, man kann sie schließen und es hat Drag & Drop. Das ist also mausgesteuert, du kannst da Gegenstände aufnehmen, verschieben, sogar der Auswahlrahmen existiert, haben wir gar nicht erwähnt, auch so ein Ding. Das, was wir mit der Echtzeitstrategie dann zu schätzen gelernt haben, das hat das Spiel auch schon. Du kannst den Auswahlrahmen um Gegenstände ziehen, um mehrere auf einmal verschieben zu können. Also es hört nicht auf, toll zu sein. Also auf dem PC funktioniert das noch ganz okay. Auf dem C64 wird es dann schon echt grenzwertig. Da sind die Fenster an festen Stellen im Bild. Auch da gibt es einen Drag & Drop, dann halt mit dem Joystick. Die Fenster sind aber winzig, weil auf dem C64-Bildschirm wird das halt jetzt echt fitzelig. Da musst du also richtig viel scrollen. Und das ist insgesamt eine Qual, das zu spielen, weil erstens Joystick-Steuerung statt Maus und zweitens das lädt bei jeder Aktion von der Diskette nach. Ein Item anzeigen, ein Text laden, ständig muss das laden und das macht es eine echt mühsame Angelegenheit. Aber ansonsten ist das schon die Déjà-vu-Erfahrung. Sogar die Grafiken sehen analog aus zu dem von der Mac-Version, nur halt mit Farbe und viel grober. Aber es ist schon wieder zu erkennen. Aber ich glaube, die spannendste Version von allen ist die, die du vorhin schon mal erwähnt hast. Und zwar die für das Nintendo Entertainment System. Und da kommt jetzt wieder die Japan-Connection. Da sind wir wieder bei Todd Zipnik, denn das ist halt einfach sein Ding, diese Verbindung nach Japan. Icon selbst wird das Spiel Jahre später, also schon in den 90ern, dann auch nochmal für einen NEC-Computer portieren, für den PC 98. Das ist aber jetzt echt eine Fußnote. Aber viel interessanter ist diese NES-Geschichte. Da läuft es nämlich mal umgekehrt. Da kommt ein japanischer Publisher, eine japanische Firma namens Kemco, kommt auf Icon zu und sagt, hey, wir würden euer Spiel gern auf NES portieren. Und da sagen die dann ja und dann passiert das auch. Und diese Version, glaube ich, hast du dir mal genauer angeguckt. Ja, ich finde die sensationell gut. Das ist eine super Version. Sie nimmt erstaunlich gut das Spielgefühl auf mit den Limitierungen des NES. Die Grafiken sind alle nachempfunden, die sind alle neu gezeichnet, wodurch sie teilweise ein bisschen deutlicher werden. Das ist natürlich auch eine Plattform, die Farbe hat. Es hat nur ein Viertel des Bildschirms dafür, um die Grafiken anzuzeigen. Aber da ist es halt sehr lesbar. Es macht eine Reihe von Sachen mit kleinen Animationen. Zum Beispiel ist das Fenster, das unten den Text anzeigt, ist jetzt eine Schreibmaschine und dann läuft so eine ratternde Schreibmaschinen-Animation mit Ton darüber, wenn da Schrift entsteht. Das ist ganz toll, die ersten zehn Minuten des Spiels. Dann fängt es an, ein ganz bisschen zu nerven. Aber es passt voll in das Setup. Es passt voll in diese Stimmung, in diese Thematik. Und es macht das Darstellen von Schrift ganz interessant. Hat auch eine schöne Schriftart, die man gut lesen kann. Was es nicht hat, ist Drag & Drop. Und was es nicht hat, ist ein grafisches Inventar. Das heißt, das Spiel übernimmt die Gegenstände aus dem Spielgrafikfenster in ein Textinventar. Das heißt, du hast da also einen kleinen Bruch drin. Und da die in der Originalversion keinen Namen haben, haben sie auch hier keinen richtigen Namen. Du kannst drei Waffen im Spiel finden, drei Handfeuerwaffen, und die heißen Gun 1, Gun 2 und Gun 3. Okay. Das ist dann schon so ein bisschen schwierig, diese Sachen noch auseinanderzuhalten, später auch bei den Chemikalien und den ganzen Schriftstücken. Aber das geht schon. Und es hat so eine angenehme Sprungnavigation. Also du bewegst mit dem Pad, mit dem Cursor, und der springt halt so Punkte des Bildschirms an. Und das wirkt am Anfang so ein bisschen fremdartig. Aber nach fünf Minuten hat man es vergessen, dass man auf dem NES ist. Es lässt sich super gut bedienen. Ganz einfach, ganz angenehm. Lässt sich alles gut lesen. Es ist einfach die volle Spielerfahrung. Sogar die volle Spielerfahrung plus. Weil es hat nämlich eine Sache, die die Mac-Version nicht hat. Es hat nämlich Sound. Es hat einen richtigen, für dieses Spiel entwickelten Soundtrack. Nicht den allertollsten Soundtrack. Ich meine, es ist der NES. Also wir sind noch ein bisschen entfernt von den wunderschönen 16-Bit-Klängen des SNES. Aber doch eine passende thematische Musik mit über einem Dutzend Stücken. Also schon ganz nett. Und es hat ein paar Nintendo-typische Änderungen. Zum Beispiel gibt es die Szene, wo du deinen toten Boss findest. Und das ist ein häufig im Internet gezeigter Screenshot. Weil das ist echt ein schön gezeichnetes Bild. Wie der Typ da zusammengesackt über seinem Schreibtisch liegt. Überall ist Blut. Ja, das ist richtig eine dramatische, fiese Krimi-Szene. Auf dem NES ist das Blut weg. Größtenteils jedenfalls. Also es ist schwer zu erkennen, ob ihm einfach nur schlecht ist. Vielleicht. Vielleicht muss er sich einfach nur mal ausruhen. Oder ob er wirklich tot ist und das alles Blut sein soll. Da geht so ein bisschen die Dramatik verloren. Da macht das Spiel kleine Kompromisse für den Jugendschutz, würde ich sagen. Und... Kleine Kompromisse? Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich finde das eine krasse Selbstsensur, die das Spiel macht, bis zu dem Punkt hin, dass ich sagen würde, das ist kein Noir-Krimi mehr. Nee, das ist kein Noir-Krimi mehr. Weil ja, das Blut ist raus. Okay. Aber es gibt ganz viele erzählerische Änderungen. Der Typ, der da auf dem Schreibtisch liegt, der Joey Siegel, ist im Original ein Mafia-Typ, ein Mob-Boss. Ist er hier nicht mehr. Die Prostituierte, die er auf der Straße begegnet, ist in dem Spiel keine Prostituierte mehr. Einer der Plot-Points im Spiel ist, dass der Ace Spielschulden bei Joey hat. Hat er hier nicht mehr. Es gibt keine Zigaretten mehr im Spiel. Da wird Kaugummi draus. Es gibt kein Alkohol mehr. Da wird Sprudelwasser draus. Die Spritze gibt es nicht mehr. Die ist durch eine Pillenkapsel ersetzt. Und was ich besonders bizarr finde, in der Vergangenheit von Ace, als er sich dann später wieder erinnert, da kommen so Erinnerungsfetzen aus seiner Jugend wieder hoch. Und eine davon ist, wie er von einem seiner Lehrer geschlagen wurde. Und das ist hier auch nicht mehr drin. Weil ich, weil warum? Ich weiß es nicht. Das kann man Leuten nicht zumuten. Lehrer schlagen nicht. Nee, das ist zu hart. Das ist gegen die Werte der Gesellschaft. Was hier alles rausgenommen wurde, ist erstaunlich. Das macht noch eine große Änderung. Du hast ja diese Möglichkeit zu sterben, weil dein Körper ja degeneriert wegen diesem in dir zirkulierenden Gift oder dieser Chemikalie. Und das ist weg, diese Mechanik. Du kannst nicht einfach so sterben. Du hast da alle Zeit der Welt. Es gibt dann eine Gegenmechanik sozusagen, dass du, wenn du ungeheilt an einen bestimmten Ort gehst, dann stirbst du da sofort an demselben Effekt, wie das in dem Mech-Spiel ist. Aber dieser Druck, der auf den Spieler ausgeübt wird, dadurch, der ist weg. Das ist gut. Das ist nicht so schlecht, finde ich auch. Mir hat es trotzdem gut gefallen. Also ich finde, du hast vollkommen recht. Es ist kein Noir-Krimis mehr. Aber es ist echt eine sehr gute Emulation dieses Spielprinzips. Und das muss man erst mal hinkriegen auf dem NES, dass das funktional und vernünftig und angenehm spielbar umgesetzt worden ist. Sie haben übrigens auch daraus eine Game Boy Color Version gemacht. Von beiden Teilen sogar. Es gibt auch eine Déjà-vu-2-Game Boy Color Version. Da gehen sie dann ganz andere Wege. Da nehmen sie den Soundtrack übrigens vom NES, was ganz hübsch ist. Also auch eine Version mit Musik. Und machen mehrere Bildschirme. Und dann springst du so von einem Bildschirm in den anderen, von oben nach unten. Und die Verben sind jetzt plötzlich Icons, weil der Game Boy Color natürlich jetzt auch nicht so die ganz große Plattform ist, um Text darzustellen. Und da hat sich die Spielerfahrung, finde ich, deutlich verändert. Während das NES noch mit den Mitteln des NES halt sehr nah dran ist. Also das sind die ganzen Portierungen. Das dauert dann drei Jahre nach dem Erscheinen von Déjà-vu bis der Nachfolger erscheint. Déjà-vu 2. Du hast die Spielhandlung gerade schon umrissen. Es muss Geld besorgen für diesen Gangster-Boss, für den Tony Malone. Und hat dafür eine bestimmte Zeit. Das Einzige, was ich noch erwähnen werde dazu, ist, also abgesehen davon, dass das genau funktioniert, wie der erste Teil auch so aussieht, wie der erste Teil. Sieht schöner aus ein bisschen, finde ich. Tja, die Grafiken sind noch ein bisschen schöner geworden, genau. Hat eine sehr schöne Stimmung und funktioniert nach wie vor wunderbar. Das macht es eigentlich auch zu einem sehr schönen Spiel. Aber das ist viel schwieriger als der erste Teil. Hauptsächlich deswegen, weil es dir nicht sagt, was eigentlich zu tun ist. Also wie der erste Teil setzt es darauf, dass du das schon selber rausfindest. Und die eigentliche Aufgabe, nämlich 112.000 Dollar irgendwie aufzutreiben, ist nicht die Lösung des Spiels. Das geht gar nicht. Sondern was du eigentlich machen musst, um aus dieser Situation zu entkommen, ist, zwei Gangster-Bosse gegeneinander auszuspielen, sodass die sich gegenseitig umbringen und du dann heil da rauslaufen kannst. Aber da muss man erst mal draufkommen. Und wenn man diesen Gedanken hat, dann muss man erst mal rausfinden, wie das zu bewerkstelligen ist. Und wenn das damals wirklich jemand selbst herausgefunden hat, ohne Hilfestellung, alles richtig gemacht hat, dann herzlichen Glückwunsch. Also dann ziehe ich meinen Hut, weil dann hat man wirklich was geleistet. Das ist nicht unlogisch. Das ist alles sinnvoll. Aber man muss da erst mal draufkommen, was da zu tun ist. Das macht es nicht zu einem schlechten Spiel, aber zu einem, dass die allermeisten Leute mich eingeschlossen nicht gelöst haben dürften damals. Nee, es ist echt schwer. Und es erklärt sich schlecht, wie lange ich überhaupt gebraucht habe, um den ersten Ort zu verlassen, ey, mit den scheiß Zügen. Die Taximechanik hat mir viel besser gefallen. Hier muss man immer Zug fahren. Das fand ich viel stressiger. Ja, Taxifahren gibt es ja auch noch. Ja, gibt es ja auch noch, genau. Okay, dann machen wir nur noch die Schleife dran, dass wir ganz kurz noch erzählen, wie es dann eigentlich mit Icom weiterging. Ich sage schon an der Stelle dazu, das ist eine Firma, die hat mindestens ein weiteres Produkt, über das man vielleicht noch mal sprechen könnte. Deswegen machen wir das jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit, aber um den Bogen hier noch mal zu schließen, was passiert denn dann eigentlich danach? Der Craig Erickson geht. Das ist ja der Leiter der Softwareentwicklung, hast du erzählt. Der geht Ende 86 und mit ihm sterben dann ein paar weitere Ideen für McVentures. Wir erinnern uns, der ist ja so ein bisschen die treibende Kraft auch hinter Déjà-vu gewesen. Unter den Ideen, die sterben, ist ein Sci-Fi-Spiel namens Helios und ein Werwolf-Abenteuer namens The Awakening. Das hätte ich vielleicht auch noch ganz gerne gesehen. Das ist dann halt vorbei. Déjà-vu 2 ist ja das letzte McVenture. Es war aber noch ein fünftes in Arbeit oder angefangen Beyond Shadowgate, also der Shadowgate-Nachfolger von Dave Marsh und Karl Roloffs. Das Spiel sollte viermal größer sein als das Original. Text und Design waren schon fertig. Das war alles schon bereit für die Umsetzung und dann kam bei iCom der nächste Technologie-Sprung. Todd Sipnick, der hat ja diesen Fokus, technologische Trends mitnehmen, wie es geht. Daran hat sich nichts geändert und er hat ja auch immer noch die Japan-Connection. Der Mac ist ja schon jetzt in der Uhr alt und als Spieleplattform überhaupt nicht relevant und iCom will ja Spiele machen. Jetzt hat er über seine Japan-Verbindung die Nase am ganz heißen nächsten Ding, der CD-ROM. Sein alter Arbeitgeber, NEC, hat 1987 in Japan seine erste Heimkonsole rausgebracht, die PC-Engine. 1988 kommt dann von NEC auch das welterste CD-ROM-Add-on dafür und dann soll die jetzt in die USA kommen, 1989 als Turbo Graphics 16. Und Sipnick macht einen Deal mit NEC, richtet seine Firma neu aus, Entwicklung von Spielen für die PC-Engine und die CD-ROM-Technologie-Nutzung für Spiele. Das ist ganz weitsichtig zu der Zeit. Das liegt ja offenkundig in der Luft, dass sowas kommen wird. Und jetzt machen sie halt diese PC-Engine-Spiele und da vor allem Sidescroller. Das ist ja eine Arcade-nahe Maschine, die PC-Engine. Dann machen sie ein Spiel namens Yo Bro, ein Skateboarding-Spiel 1991. Dann machen sie ein Adams-Family-Spiel, auch ein Sidescroller. Dann machen sie 1992 Ghost Manner und so weiter. Beyond Shadowgate erscheint dann 1993 auf der PC-Engine als Adventure, aber aus der Seitenansicht. Sieht schön aus, hat aber mit den Mac-Ventures nichts mehr zu tun. Und 1991 kommt von ihnen eines der allerersten westlichen CD-ROM-Spiele und das erste mit Full-Motion-Video, Sherlock Holmes Consulting Detective. Das haben sie entwickelt für den japanischen Computer FM Towns von Fujitsu, wieder japanisch und so. Der ist 1989 auf den Markt gekommen und der hat ein CD-ROM-Laufwerk ab Werk. Und mal wieder dreht sich bei iCom alles um Kompressionen. Diesmal nicht Grafik-Kompressionen für eine Mac-Diskette, sondern Video-Kompressionen für Single-Speed-CD-ROM-Laufwerke. Aber das war eine andere Geschichte für einen anderen Podcast. Genau. In dem Jahr, wo das Sherlock Holmes Consulting Detective rauskommt, 1991, da hat iCom 45 Angestellte. Aber Todd Zipnick ist schon nicht mehr Chef der Firma. Der hat 1990 die Führung abgeben müssen, denn er ist zu dem Zeitpunkt schon schwer krank. Und im Juli 1991 stirbt er dann im Alter von 35 Jahren an einem Hodgkins-Lymphom, einer seltenen Form von Lymphsystemkrebs. Da gibt es einige Nachrufe auf ihn. Die Chicago Tribune, also große Tageszeitung in Chicago, die drückt zum Beispiel einen Nachruf und zitierte einen Freund. Und auch Chris Crawford, verantwortlich für die GDC, damals für die Game Developers Conference, auch der schreibt einen Nachruf. Und die sind sich einig in ihrem Urteil über Todd Zipnick, nämlich, dass er in allererster Linie ein wahnsinnig großzügiger Mensch gewesen sei. Also einer, der anderen geholfen hat, der auch gerne Geld gegeben hat und der dadurch einen positiven Einfluss auf andere und auch auf die Branche gehabt habe. Seine Firma ist leider nach seinem Tod nicht mehr so relevant. Die wird 1993 dann gekauft von Viacom, großem Medienkonzern, wird dann ein internes Studio und wird dann darauf gesetzt, Viacom-Marken zu spielen zu machen. Nickelodeon-Sachen, MTV, Slam City, die Beavis-and-Butthead-Spiele, da erscheinen in den 90ern ein paar. Das stammt alles von dem ehemaligen Icom, die dann ein internes Viacom-Studio geworden sind. Und weil das alles relativ bedeutungslos ist, wird das Studio dann schließlich 1998 geschlossen und damit endet die Geschichte von der Firma, die anfangs TMQ hieß und später Icom. Ja, das war's. Damit schließen wir das Kapitel Icom. Wir machen es höchstens nochmal auf, falls wir die Consulting Detective-Spiele besprechen wollen. Oder Shadowgate. Oder Shadowgate. Mal gucken. Mal schauen. Dann wollen wir nur noch ganz kurz ansprechen, wie man das Spiel heute noch spielen kann, falls ihr Lust darauf bekommen habt. Das ist für PC-Besitzer sehr einfach. Es gibt einfach alle vier Icom-Mac Ventures als gemeinsame Edition und auch einzeln auf Steam in einer sehr vernünftigen Version. Da kann man dann die originale Mac-Version spielen in schwarz-weiß oder die Apple II GES-Version in Farbe. Beides gleichermaßen erfreulich für relativ wenig Geld. Die Konsolenfassungen sind, wie das halt immer so ist, im Gebrauchzustand entweder sehr teuer. Wenn man nämlich einfach ein einzelnes Modul kauft, kriegt man so ein NES-Modul für ein Zwanni. Ich habe meine Doppel-Version von Déjà-vu 1 und 2 für den Game Boy Color auch für 20 Euro gekauft. Es gibt natürlich aber auch NES-Versionen in graded und mint condition für 600. Das ist mehr was für Sammler logischerweise. Und die PC-Version habe ich mir gar nicht angeguckt. Hast du noch einen Sammler-Take auf die PC-Version? Ja, also die PC-Version ist ein Sammlerstück natürlich. Das ist jetzt nicht enorm teuer, aber die ist schon selten und wird man sich aller Wahrscheinlichkeit nachher aus den USA importieren müssen. Aber als Sammlerstück ins Regal stellen, toll. Die PC-Version spielen, nein. Also da ist jeder andere besser. Also die logische Wahl ist die Mac Venture-Serie auf Steam, die halt nicht so teuer ist, die aber ironischerweise nicht auf dem Mac läuft. Das habe ich sehr bedauert. Sie läuft nur auf dem PC. Das ist eine reine Windows-Version. So eine Frechheit. Da siehst du nochmal den Status des Macintosh als Spielemaschine. Das ist ein perfektes Symbol. Das ist gemein. Nun ja, also man bekommt es problemlos und ich würde auch sagen, das kann man gut nochmal spielen heutzutage, wenn ihr jetzt nicht durch diesen Cast schon komplett gespoilert werdet, was die Geschichte angeht. Aber wer trotzdem nochmal reinschauen will, man kann damit echt noch Spaß haben, auch heutzutage. Ja, damit sind wir durch, oder, Christian? Ja, damit sind wir durch. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank, Gunnar, für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Vor allen Dingen bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020